Rasenmähen durfte ich auch, dann ist auch einer in den Graben gefahren, weil ich das in Hotpants gemacht habe. Wie alt warst du, als du angefangen hast? 16, nach der Realschule. Du bringst meine ganze Dramaturgie durcheinander, weil jetzt sind wir ja schon da, wo wir uns eigentlich erst kennengelernt haben so richtig. Wir haben ja beide letztes Jahr bei Profifoto so einen Fragebogen ausgefüllt. MeToo im Fotostudio. Ja, genau, MeToo im Fotostudio. Und du hast da am eigenen Leib unschöne Dinge erlebt, ne? Ja, mein dameliges Chef wollte unbedingt Aktfotos von mir machen, was ich natürlich nicht wollte. Und ich fand das auch peinlich und ich fühlte mich bedrängt. Also ich sage jetzt erstmal so, einmal fragen, finde ich jetzt als Kerl nicht so schlimm. Aber 16 Jahre, würdest du das bei deiner eigenen Tochter gut finden? Ich bin ja heilfroh, dass ich nur einen Sohn habe. Also meine Probleme bei Töchtern wären, oder bei einer Tochter wäre, wenn sie mit dem erstentwickligen Opa-Macher ankäme. Da würden meine Probleme schon anfangen. Ja, und ich muss sagen, ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung. Aber hat er denn insistiert? Oder hat er immer wieder gefragt? Ja, er hatte mehrfach gefragt. Das geht auch bei mir nicht mehr. Ich weiß noch einmal, wir hatten noch einen Kollegen, der da auch eine Ausbildung gemacht hat, einen Fotograf und eine ausgebildete Fotografenmeisterin. Eines Abends waren sie dann alle weg. Und ich wusste das nicht. Ich war dann ganz alleine. Da habe ich mich im Labor eingeschlossen. Und ich hatte Angst. Ich bin wohl in der Lage, energetisch mich so abzuschotten, dass sie mich nicht mehr wahrnehmen können. Und so sind dann auch echt extrem gute Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden, die sehr echt sind eben. Da ist auch nichts Gestelltes dran. Ich habe nicht eine Situation meiner Arbeit gestellt. Alles ist authentisch. Komm, Romy Schneider wollte einfach zu einer Delon. Ja, bestimmt auch. War ein toller Typ, ne? Ja. Aber ich glaube einfach, dass sie die Nase voll hatte von der Schublade, die hier so aufgemacht wird immer. Und ich glaube auch, dass ich jenseits, also ich sage immer, denken und fühlen ohne Geländer. Ah, Eva. Vielen Dank für den Kaffee. Bitte, bitte. Du kannst den ganzen Tag Kaffee trinken hier. Ich bin nämlich auch so eine Kaffee-Tante. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Ich trinke nur Kaffee heute Nacht. Ich stehe ja jede Nacht gerade um halb vier auf, ne? Erstmal Kaffee rein. Genau. Ich habe, äh, keine Ahnung. Ich bin nicht wach. Wollen wir erstmal Hallo sagen? Ja. Tag zusammen? Willkommen bei einer neuen Folge. Die Besten im Westen, im Osten. Was auch immer das heißt, ne? Ja, kommen wir später zu. Sag uns doch erstmal, wer du bist. Ich bin Eva-Maria Horstig und, ähm. Muss da nicht drauf gucken, kannst da hinschauen. Lebe in Dortmund. Ja, also du hast mich so ein bisschen überfallen damit auch, weil ich... Ja, habe ich. Ja. Ich würde die noch weiter überfallen wollen. Wenn du mir das Mikro-Handy abnehmen würdest, könnte ich weiter die zweite Kamera aufnehmen. Ja, okay. Alles klar. Also, ich arbeite als Fotografin bzw. hauptsächlich als Künstlerin und mache also keine kommerziellen Fotos, sondern Ausstellungen. Und die mache ich seit, ähm... Also, meine erste Ausstellung hatte ich 1998, äh, wo ich also 15 Bilder großformatig wasserfest an einem Haus befestigt habe. Und habe das mitten im Winter im Schnee gemacht und habe dann die Leute eingeladen zu Glühwein und Käse. Dann hast du ja 30-Jähriges gehabt. Ja, jetzt quasi. Nee, habe ich nicht, aber ich wollte eigentlich noch so im Garten was machen, ja, eine Party, Kunstparty, wo ich dann, ähm, eine Abrissparty mache. Aber das ist... Eine Abrissparty? Ja, es... Ja. Warum denn? Ja, es wird so ein bisschen was abgerissen hier und entsorgt. Und das Entsorgte, weil ich bin so ein Nachhaltigkeitsmensch, das Entsorgte verwende ich also immer wieder für irgendwas. Und dann verkaufe ich halt bemalte Holzbretter für günstiges Geld. Dazu lade ich eine andere Malerin ein, die dann auch mit mir die Dinger bemalt. Das ist dann auch keine große Kunst, was wir machen. Wir machen einfach Nachhaltigkeitsarbeit. Kunst to go. Kunst to go, genau. Gutes, gutes Wort dafür. Kunst to go, genau. Ansonsten, äh, stelle ich Fotografie aus und Projekte. Und seit 2000, äh, ja, eigentlich habe ich das erste soziale Projekt gemacht, 1996 in Afrika. Das hieß Universal Tolerance. Da bin ich durch Afrika gefahren, 4000 Kilometer, und habe Leute hinter einem Bettlaken fotografiert, wo drauf stand Love and Peace und Universal Tolerance. Ja, äh, da habe ich natürlich nie eine Ausstellung mitgemacht, weil das war damals einfach viel zu früh, von Toleranz zu reden und Flucht und Vertreibung und überhaupt, äh, diese Themen hat niemand interessiert. Ich war leider der Zeit mal wieder voraus und, ähm, habe dann aber auch versucht, äh, Magazine anzuschreiben und auf dieses Thema aufmerksam zu machen, äh, ja, hat nicht funktioniert. Ich bekam meistens keine Antwort. Die fanden die Bilder ganz gut irgendwie, aber sie sagten, das passt nicht in die Zeit, das ist nicht unser Thema. Ja, und so ging mir das oft. Also, ich hatte dann gegen den Irakkrieg eine Demo gemacht, 2002, Ende 2002, im Dezember, mit elf Freunden. Eine was? Eine Demo. Gegen den, gegen den kommenden Irakkrieg, genau. Und diese Demo habe ich mit elf Freunden gemacht und wir sind mit dem Wohnmobil dahin. Wo ging war das? In Berlin, Brandenburger Tor. Äh, ich habe dann auch eine Demo angemeldet und habe eine Bilderverbrennung, äh, gemacht mit meinen Fotos aus dem Kosovo gegen das Vergessen. Also gegen das Vergessen von Krieg, Elend und gegen den kommenden Krieg, äh, den Busch angezettelt hat. Kann man hier irgendwie auf Stop drücken? Ja, muss ich aber nicht. Muss ich aber doch. Ja, weil... So, es wird nichts veröffentlicht, was du nicht willst. Okay, also das hat so viel Saft, dass du jetzt da, hm, okay, wenn du meinst. Na, das braucht eigentlich keinen Saft. Aber eigentlich rede ich nicht so gerne über mich, sondern über die Projekte. Das können wir gleich gerne machen. Von mir gibt es auch echt nicht so viel zu reden, finde ich. Ich finde ja schon. Ja, ist anders. Aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal auch erklären, also ich erkläre jetzt erstmal, inwiefern ich Eva überfallen habe. Ähm, ich kenne Eva nämlich eigentlich noch gar nicht. Also, wir sehen uns gar nicht. Wir kennen uns. Durch Facebook und ich kenne dich durch deine Arbeit. Ja, 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 das schon. Aber wir haben uns vor zehn Minuten das erste Mal in Live und in Farbe gesehen. Und da musste ich, acht Minuten davon, musste ich erstmal meine Blase entleeren. Und das habe ich noch nie gemacht, während mir unser Altkanzler Schröder auf den nackten Püppes guckt. Das ist ein seltsames Gefühl. Warum steht denn diese Bleistiftzeichnung da bei euch am Klo? Ja, also dieses Bild hat eine Bekannte von mir aus Hamburg gemalt, ne? Und zu irgendeinem Anlass geschenkt. Es ging da wohl um SPD. Ich war mal früher aktiv, so politisch. Also ich war nicht in der SPD. Warst du bei dir? Aber ich bin sehr SPD-orientiert, groß geworden durch meinen Vater. Der war also sehr politisch. Ja, und dann, irgendwann meinte sie mir, musste sie mir dieses Bild schenken. Und ich wusste nie, wohin damit, weil ich fand das echt total komisch, den hier ins Wohnzimmer zu hängen. Und jetzt steht der hinterm Klo. Weiß sie das? Ne, das weiß sie nicht, aber ich glaube, das ist ja auch egal. Gut, dann können wir es ja zeigen. Ja, das kannst du gerne machen. Aber wer hat schon den Altkanzler auf dem Klo stehen, ne? Ja, mir fällt da jetzt keiner so direkt ein. Mir auch nicht. Also jetzt haben wir ja schon, was ist denn das eigentlich für eine wunderbare Figur da? Also ich bin mal mit dem, früher ganz oft, ich hatte früher ein Wohnmobil und mit dem Wohnmobil bin ich dann in verschiedene Städte gefahren, so Straßburg, Den Haag und alles sowas. Du hast das wie Frau Abramowitsch und Ulay gemacht? Nein. Und dann hast du auch so gemacht, oder nicht? Ich habe einfach gemacht, was ich wollte und mich da auch nicht an anderen Künstlern interessiert. Also ich bin dann unterwegs gewesen und habe diese Statue in so einem Fenster gesehen, in so einem Antiquitätenhändler. Dann bin ich da reinmarschiert und habe gesagt, was wollen Sie dafür haben, weil die will ich haben. Und ja, die waren nicht ganz so günstig und dann habe ich halt noch ein bisschen gehandelt. Und dann meinte er, wie kriegen Sie denn mit? Auch kein Problem, ich habe das Wohnmobil direkt vor der Tür geparkt. Das fand er so lustig. Da hat er mir dann nochmal 50 runtergelassen, weil er meinte, so etwas Schräges hätte er noch nie gesehen. Wie viel Prozent waren das vom Endpreis? Also ich habe 10 Prozent gekriegt insgesamt. Das ist ordentlich. Ohne jetzt groß was zu... Der fand einfach cool, dass ich so spontan war. Also zack, mitnehmen, weg. Und du hast es nicht gewimperklimpert? Nö. Nö, nö, nö. Also das mache ich auch nicht. Also ich spiele jetzt nicht irgendwie rum. Ich bin einfach Mensch und gut ist. Aber ich habe auch den Arschler, da hatte ich irgendwie in Bochum zu tun. Und den sehe ich draußen auch vor der Tür stehen von irgendeinem Antiquitätenladen. Und das ist regnete und der sah so traurig aus. Er hat gerufen, nehme ich mit, nehme ich mit. Er hat mir gerufen, nehme ich mit und ich da rein und habe gesagt, oh, ich glaube, der braucht ein anderes Zuhause. Und ich stehe voll auf Adler, weil die alle haben so alles im Blick und irgendwie halt frei, sind sehr frei. Und deswegen mag ich Adler. Können auch fliegen. Können fliegen, sehr hoch. Und die fliegen auch allen anderen weg. Und das finde ich richtig. Haben ziemlich scharfe Augen. Ja, haben sie. Das passt ja auch zu Fotografen, finde ich. Durchaus. Also, ja, habe ich den auch mitgenommen. Auch, hat er mir auch günstiger gegeben, weil er wurde den gar nicht los. Er sagte, keiner will den Adler. Was mich ja total erstaunt ist, dass ich hier das Relotius-Lügenblatt sehe. Das was? Entschuldigung, den Spiegel. Das sturmgeschützte Demokratie, oder wie hieß es damals? Das ist jetzt nicht meiner, aber mein Vater war extremer Spiegelleser. Der hatte nachher so 3000 Spiegel im Keller. Und die mussten wir dann alle entsorgen. Irgendwann mal, als er gestorben ist, was mir eigentlich sehr leid tat. Ich hätte das alles lieber behalten, aber es ging halt nicht. Und, ja, ab und zu fliegt der nochmal hier rum. Aber du hast kein Abo aus, wenn du nicht rausgekommen bist. Nee, 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 habe ich nicht. Ich habe gar keine Abos. Echt nicht? Ich hasse Abos. Die Zeit ist auch vorbei, ne? Ja, ich finde auch generell, es ist so zu finden. Außer bei Photoshop. Bei Photoshop fängt es ja gerade an mit Abos. Ja, aber ich finde generell, so ein freiheitsliebender Mensch, ich binde mich an nichts, nicht mal eine Zeitung. Jetzt hast du mir ja so einen wundervollen, ist das ein Berliner oder ein Quarkmann? Ja, das ist ein Berliner, genau. Du bist aber Kölner, ne? Ich bin eine kölische Junge, ja. Weil du bist immer in Berlin unterwegs. Da dachte ich, da passt doch der Berliner ganz gut. Wunderbar. Gott sei Dank haben wir ja keinen Silvester. Es besteht also keine Gefahr, dass Senf drin ist. Ja, nee. Das ist Marmelade. Wir sind ja auch in Dortmund. Ja, genau. Aber ich habe halt die Verbindung gesucht. Ich weiß nicht, so Dortmund-Berlin. Wunderbar. Aber damit ich den jetzt essen kann, müsstest du mir das Mikro nochmal wieder aus der Hand nehmen. Dankeschön. Ich hoffe, der schmeckt. Der kommt nicht aus Berlin, aus Dortmund. Der wird schmecken. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Süßer, aber ich esse den wohl auch mal. Ich habe gelesen im Internet, Mettbrötchen. Ja. Durch auch. Wie mein Sohn. Der steht auch auf Mett. Und ich stehe ja überhaupt nicht auf Fleisch. Ich bin ja... Kerle, alle gleich. Ja, alle gleich. So oder so. Alle stehen auf Mettbrötchen. Darf ich auch ohne Gabel? Ja, du darfst... Ich habe da aus Servietten, wenn du brauchst. Später wahrscheinlich schon. Schmeckt der? Herrlich gefüllt. Guck mal. Herrlich gefüllt. Und leckere Marmeladen. Ja, die haben hier... Ich bin ja kein Marmeladentyp. Nee, aber hier haben die das nicht zu süß. Weißt du, das schmeckt... Ja, und das ist echt richtig fruchtig, erdbeerlich. Ist nicht so ekelig süß. Deswegen gehen die auch, finde ich. Ich bin ja auch eher so ein Butterbrot-Esser. Stullen und... Aber ohne Mett offenbar. Ohne Mett. Ganz wenig Fleisch esse ich in meinem Leben. Kennst du diesen... Wie heißt das Zeug jetzt? Das ist so eine Art Käse, Frischkäse. Und darüber kommt dann Marmelade. Und was ich auch total liebe, ist Erdnussbutter. Hassen viele, aber ich... Oh ja! Genau. Das kommt nämlich dann von den meisten. Hier geht, wie kannst du Erdnussbutter essen, aber... Aber so Käse mit Marmelade? Also dieser Frischkäse, ne? Das geht mit allem, finde ich. Das geht mit Honig, mit Marmelade, mit allem. Also auch mit Erdbeeren. Frisch, finde ich. Also ich bin halt auch kein Mensch, der unbedingt viel warm isst. Ich habe zwölf Jahre meines Lebens überhaupt nicht warm gegessen. Weil mich das nicht interessiert. So, sehr. Gab es da einen ideologischen Überbau? Oder einfach Faulheit? Nein, nein, ich habe im Alter von zehn beschlossen, ich esse kein Fleisch mehr. Und dann habe ich... Du warst sozusagen frühreifend. Ja, ich habe einfach keine Tiere essen wollen. Und deine Eltern haben gesagt. Ja, die fanden das ziemlich komisch. Und haben aber nicht viel gesagt. Die haben mich also gelassen. Und dann gab es ja da auch, wie in jedem Haus, dann auch Fleisch. Und ich habe das dann immer weggelassen. Und dann habe ich halt irgendwann ja eine Ausbildung gemacht im Werbestudio. Und da gab es eh nichts zu essen mittags. Also habe ich Stullen mitgenommen. Und so habe ich mich daran gewöhnt, einfach von Stullen zu leben. Und das ist vielleicht... Oder Obst, ne? Äpfel oder mal eine Banane. Aber es ist ja nicht so ultragesund, sich so gleich für Milch zu ernähren. Und nicht so abwechslungsreich. Kann ab und an zu Mangel erscheinen. Hat dann letztendlich auch. Ja, ich hatte einen Extremvitaminmangel. Welches? B und D. Beides. Habe ich aber nicht gewusst. D ist böse, ne? Ja, es war nicht so nett, muss ich sagen. Ich habe das auch sehr spät erst so gemerkt. Und das habe ich jetzt aber, Gott sei Dank, irgendwie im Griff. Und dann habe ich auch angefangen, wieder Fleisch zu essen, aber nur Bio-Fleisch. Also wirklich nur das. Und ich musste es mir erst reinwürgen, auch das. Ich konnte es nicht essen. Mir ist schlecht geworden von jeder Art von Fleisch. Also Mett finde ich ja schon nicht schlecht. Aber es geht echt nichts über ein Seigneur gebratenes Fumstek. Ja, das sagst du so, ne? Also ich glaube, das ist bei vielen Menschen so, dass die halt gerne Fleisch essen, aber ich nicht. Ich stelle mir mal die Tiere vor, die dafür sterben, ehrlich. Und das ist in meiner Fantasie schon als Kind extrem gewesen, dass ich diese Vorstellungskraft hatte. Und ich wollte nicht, dass irgendjemand leidet, weil ich das essen möchte. Habe ich auch keine, habe ich auch, ich habe auch keine Eier gegessen, habe ich auch nicht mehr. 12, 13 Jahre kein einziges Ei. Ich habe noch 20 Jahre kein Huhn gegessen. Und irgendwann habe ich mal so ein Flügel da, hat mir aber auch nicht geschmeckt, muss ich sagen. Was? So ein Flügel vom Huhn da, so ein, wollte ich nicht, alles was fliegt, esse ich nicht. Wollte ich mal wieder befreien. Genau. Und jetzt hole ich sie nochmal im Kaffee. Oder nicht? Warte, warte, warte. Lass uns doch mal ganz kurz so eine Speedrunde einlegen. Und dann machen wir Päuschen. Weil ich natürlich auch gerne dann zum zweiten Kaffee ein Zeretschen rauche. Ja, genau. Und das riecht, als wenn ich das draußen machen würde. Ja, wir machen das immer da. Ja, ja, wunderbar. Weil abends schon mal hier, aber ich möchte nicht wegen der Leute, die Nichtraucher sind, und die gerne hier hinkommen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich habe da kein Problem mit, das ist gelogen. Natürlich habe ich da ein Problem mit, aber ich kann das respektieren. Also auch sehr gerne. Ich rauche ja selber, ich drehe ja. Me too. Also. Pass auf. Aus dem Bauch raus. Nicht nachdenken, sondern raushauen. Sekt oder Seltas? Seltas. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Helmut Newton oder Alice Schwarzer? Helmut Newton. Bessie Chirolus oder Sweet? Sweet. Gregor Gysi oder Bernd Höcke? Gregor Gysi. Jan Böhmermann oder Charlotte Roach? Tja, beide. Jan Böhmermann kenne ich natürlich von den Medien. Los, keinen Roman erzählen. Keine Antwort. Geht doch. USA oder Russland? Russland. Karl Lauterbach oder Gesine Schwan? Oh Gott. Karl Lauterbach. BVB oder Schalke? BVB. Rainer Maria Rilke oder Wolf von Ratschek? Rilke. Bruce Weber oder Kevin Spacey? Bruce Weber. Weber. Pfff. Ach. Sie interessieren mich eigentlich gar nicht. Danke. Äh. Pause. Bis gleich. Schmarisch. Schmarisch. Ich muss meine Beine dann ein bisschen über dich drüberlegen, wenn du nichts dagegen hast. Und ich muss noch ein bisschen... Ja, Vorsicht mit deinen Pfötchen. Aber so geht's. Ja. Ja, so wisch mit drauf. Wir sind umgezogen in die Raucherlounge von Eva. Genau. In die Raucherlounge. Weil das bequemer ist. Und beim ersten Zigaretten haben wir gleich drei Themen gehabt, die wir angeschnitten haben, wo ich dachte, das müssen wir aber bitte aufnehmen, weil das so spannend ist. Welche waren das denn noch? Also, genau, 2002 war ich viermal im Corsero und habe Reportagen gemacht zum Thema Menschenhandel. Guck mal ein bisschen näher. So ist gut. Dann sieht die Kamera nicht. Okay. Ich hatte das Thema immer interessiert, also Frauenthemen und das drastische Thema insofern, als dass Frauen natürlich in dem Fall sehr ausgebeutet werden und auch gar keine Chancen haben, da zu entkommen. Und ich fand das, also als Frau natürlich, jeder findet das übel, aber ich als Frau fand das natürlich richtig schlecht. Und ich bin dann also unterwegs gewesen, zum Teil mit Polizistinnen auch zu einsetzen. Und da gab es auch ziemlich brenzlige Situationen. Ein Zuhälter hat mir mal die Kamera aus dem Gesicht gehauen, sozusagen. Ich habe auch Filmaufnahmen gemacht, gleichzeitig Filmaufnahmen und Fotos. Und der hat mir dann voll auf die Kamera geknallt und sagte, ich soll die ausmachen und wurde dann auch sehr aggressiv. Aber ich hatte halt noch drei Frauen dabei und dann hat er sich wohl auch nicht so getraut. Aber vor Frauen haben die wenig Respekt, muss man auch dazu sagen. Ich habe die Kamera aber weiterlaufen lassen. Und davon saßen wir da in der Falle, weil da waren elf Mädchen in zwei Zimmern untergebracht. Und die Polizistin, die hieß Steffi, den ganzen Namen möchte ich hier auch nicht sagen, hat eine Passkontrolle gemacht. Also sie wollte gerne, dass die Frauen... Aber Steffi klingt jetzt nach einem sehr deutschen Namen. Ja, war eine deutsche Polizistin, die war für die UN da unterwegs. Wie bist du da hingekommen? Hast du dir sozusagen einen Eigenauftrag gemacht? Also ich bin zum Commissioner. Zu wem? Zu einem Commissioner namens Stefan Feller. Der also Commissioner war ihm für den Kosovo. Aber wie bist du überhaupt... oder warum bist du in den Kosovo gereist? Ach, warum ich dir da reingekommen... Das ist eine lange Geschichte. Ich meine, also bist du da hingefahren? Bin da geflogen mit einem russischen Bomber. Mit einem russischen... Ah, deswegen Russland lieber als Amerika. Verstehe. Das waren schon Flugzeuge, da wäre hier wahrscheinlich keiner eingestiegen. Da flogen die Sitze mit einem nach hinten. Da wurde auch geraucht übrigens in dem Flugzeug noch. Ach, waren das Zeiten. Ja, das waren komische Zeiten, weil ich bin einmal... Habe ich mich hingesetzt und bin wirklich mit dem Sitz nach hinten geflogen. Dann bin ich zu Stuttgart und habe gesagt, steig wieder aus. Und es war mein Geburtstag. Da sagt sie, ich steig da auch nicht aus. Komm, ich sollte mich nicht so anstellen. Sie wird ja auch mitfliegen. Frauensolidarität. Ja. Und da habe ich gesagt, ich wollte meinen Geburtstag noch überleben. Die Sklurde war aber Russin. Nee, die war ja keine Russin. Auch Deutsche. Das weiß ich nicht. Die Nationalität hat mich auch jetzt nicht interessiert. Aber ich sehe es ja auch letztendlich egal. Völlig richtig. Was ich eigentlich wissen wollte ist, bist du auf eigene Faust in Kosovo oder hast du einen Auftrag? Ich bin nicht ohne Auftrag. Eigener Auftrag sozusagen. Ich hatte keine Aufträge. Nee. Ich habe auch keine Förderanträge gestellt für diesen Job. Nie. Warum nicht? Es hat mich nicht interessiert. Ich habe meine Lebensversicherung gekündigt dafür. Ich habe auch keine Lust gehabt, Förderanträge zu schreiben, muss ich dazu sagen. Das ist nicht so dein Ding. Das macht auch nicht wirklich Spaß, kann ich dir sagen. Ich bin Fotografin und keine Konzeptkünstlerin, was die Texte angeht. Schöner und Punkt gebracht. Ja, stell dir vor, ich als sehender Mensch, ich liebe es zu beobachten und ich liebe es auch Fotos zu machen. Das begleitet ja mein ganzes Leben, seit ich denken kann. Und dann sollst du, wirst du in so ein Korsett gezwungen und diese Anträge sind wirklich ziemlich ausführlich zu machen. Das kann ich bestätigen. Und ich verzettel mich dann gerne bei solchen Texten auch und ich bin auch kein Texter oder keine Texterin. Da bin ich auch nicht gut drin, finde ich. Also ich kann schreiben, natürlich. Ich kann das Nötigste auch gut zum Papier bringen, aber mein Sohn meint immer, lass das diese E-Mails zuschicken. Wie alt ist dein Sohn? Er ist jetzt 35. Okay. Er meinte, Mama ist besser, du schreibst überhaupt nicht. Also egal. Also ich bin jetzt nicht wirklich so wortgewandt mit Texten. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ich bin halt eben der sehende Typ und fühlende Mensch. Und ich kann das auch ganz schlecht in Worte fassen. Erzähl mal weiter aus dem Kosovo, da wo du... Naja, auf jeden Fall bin ich zum ersten Mal hingeflogen und habe erst mich mal erkundigt, wie ich irgendwas machen könnte. Und bin also verschiedene Wege gegangen, bis ich dann innerhalb einer Woche herausgefunden habe, wie ich das am besten mache. Halt, halt, kleinen Moment. Und dieses russische Flugzeug, in das du gestiegen bist, war das eine Linienmaschine? Die flogen von Köln, Bonn. Und da flog einmal die Woche oder zweimal die Woche, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, flogen also... Normale Aeroflot-Maschinen. Ja, das waren aber so ganz alte Dinger, ne? Das war jetzt wirklich nichts Schönes. Ja, das war ja noch Yeltsin-Zeiten, ne? Aber es waren halt Flugzeuge. Und du bist angekommen und hast überlegt. Ja, aber einmal... Wieder erwarten. Aber einmal waren wir... Muss ich überlegen, wir sollten um 9 Uhr landen. Wegen Bodennebel ging das nicht, also landeten wir erst um 15 Uhr 30 nachmittags. Und die Stewardess sagte zu mir, wenn wir jetzt nicht... Die machten mehrere Anflüge und dann zog der wieder hoch und dann flogst du jedes Mal mit den kaputten Sitzen da quer durchs Flugzeug. Und irgendwann habe ich gedacht, es reicht, ich will jetzt nur noch hier raus. Bist du da wieder gläubig geworden? Ne, nicht wirklich, weil ich dachte so, wenn wir jetzt hier abstürzen, dann war es das. Aber ich habe dann gefragt, wie lange geht das jetzt noch so weiter? Und da sagte die Stewardess, wenn wir jetzt die nächste halbe Stunde nicht landen können, fliegen wir zurück, weil wir keinen Sprit mehr haben. Prima. Ich dachte, super, vielleicht haben die eine Tanke irgendwo in der Luft da für unterwegs noch um nach Köln zurück. Es gibt so Tankflugzeuge, habe ich schon mal gesehen. Ja, toll. Also, naja. Ich glaube nicht für Zivilmaschinen. Also wir sind auf jeden Fall auch noch heil runtergekommen, was mich dann doch beruhigt hat. Aber ich hatte wirklich Glück. Ich hatte im Leben öfter Glück so. Naja, gehört dazu. Ich auch, Gott sei Dank. Ja, ich wäre fast mal erschossen worden. Ups, damit kann ich nicht dienen. Samt Kindern und Ex-Mann. Ja, Anna Tanke in Afrika. Lass uns erst mal beim Kosovo bleiben. Na, genau. Wie lange warst du da und hast diese Frauenhändler-Geschichte gemacht? Also ich war viermal da, immer so eine Woche bis zehn Tage. Also ich brauche ja Vorbereitungszeit. Ich muss ja die Leute finden und wissen, wo die sind. Ich wollte die auch nicht überfallen. Dann bin ich erst mal so zu dieser Stelle, wo die nannten das Trafficking Prostitution Unit. What? Trafficking Prostitution Unit. Trafficking Prostitution Unit heißt auf Deutsch? Trafficking Prostitution, extra eine Stelle der Polizei für Zwangsprostitution und Menschenhandel. Moment, Moment, Moment. Das war zu welcher Zeit? Welche Staatsform war da? Ja, die UN hatte da die Aufsicht. Die UN hatte quasi das Mandat. UNMIG. United Mission in Kosovo. Nicht impossible, sondern in Kosovo. Ja, genau. Ja, da waren ja alle Nationen vertreten. Also ich war da auch auf einer Party der UN. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war total schräg. Da waren sämtliche Nationen Erde und tanzten dann zusammen. Das war total cool. Also da gab es auch nicht irgendwie so Fremdenfeindlichkeit oder dass man so das Gefühl hatte, nein, da war jeder willkommen. Und das war total offen. Und ich muss sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Und ich bin da mal einmal eingeladen worden. Jetzt hast du aber vorhin erzählt. Du hast noch nicht wirklich geantwortet, glaube ich, auf die Frage, was für einen Zeitraum du gearbeitet hast. Ach so, das war innerhalb von einem halben Jahr. Also ich habe ihn viermal innerhalb von einem halben Jahr. Und dann, also wir sind darauf gekommen eben, weil ich hier dieses große Bild gesehen habe. Dürfen wir das zeigen? Also würdest du einen Kompensationsstil mit mir machen, dass ich es einblenden kann ins Video? Kannst du ruhig machen. Dankeschön. Also dann seht ihr das ja jetzt, das Bild. Und magst du die Geschichte erzählen, wie es dazu kam? Ja, die habe ich noch nie erzählt. Wie gesagt, also Spielregel ist ganz klar für dich, wie für jeden anderen. Du kriegst alles zu hören, bevor es online gestellt wird. Und wenn du irgendwas raushaben möchtest, ist das gar kein Problem. Also, als ich dann aus dem Kosovo zurückkam und hatte mein, ich hatte auch einen Film gedreht und den Uhr aufgeführt bei der Bundeswehr mit 200 Personen. Und der sagte, der General zu mir hätte noch nie so einen authentischen Film gesehen. Und das war auch für mich ein Lob. Weil, der hat gesagt, so etwas Echtes habe ich noch nicht gesehen und das war mein erster Film. Aber? Ja, ich habe mal Filme auch mal gemacht. Aber da gab es, also 1998 gab es noch keine Filmpunktion in den Spiegelreflexkameras. Hast du eine richtige? Ich habe eine richtige Kamera geliehen vom Fernsehen. Wow. Und die mitgeschleppt. Tja, ich war immer... Du hast ja echt den Unkosten gespielt. Ups. Ups. Hoppala. Den gerade nochmal... Ich sag doch. Ich sag doch... Wir sind jetzt auf einer Seite. Ich halte, ich mach immer das Gegenteil. Ja, der Tisch ist nicht fest befestigt. Aber ja, das war so. Ich habe mir diese Kamera geliehen beim Fernsehen. Die andere mit einer Leica. Also, ich habe auch analog alles gemacht. Analog. Also, analog ist ja nicht so, wie aber Leica. Ja, Leica ist mein, ja, mein Ding gewesen damals. Einmal Leica, immer Leica. Lange für gespart. Ja, jedenfalls kam ich wieder aus dem Kosovo. Nachdem ich dann die ganzen Fotos gesehen habe, habe ich erstmal nichts mehr gemacht damit so vier Wochen. Weil mich hat das alles so geschockt da, dass ich einerseits die tollen Erlebnisse, dann aber auch die negativen Erlebnisse da mit Männern, die ihre Frauen oder Frauen misshandeln, zusammenschlagen. Und ich habe das auch dokumentiert teilweise. Und das war ziemlich gruselig. Und eine Frau, die total zerschlagen zur Polizeiwache geführt wurde, sagte, als die Polizistin sie fragte, das lief dann alles in Englisch, aber mit einer Übersetzerin, ne, in Albanisch, warum sie denn so aussehen würde, grün und blau geschlagen. Da hat sie als Antwort gegeben, I have a tiger as a lover. So, und dann kam der Tiger. Da hat sie dann gar nichts mehr gesagt. Und ich habe mit einer 40 Sekunde ohne Blitz fotografiert aus der Hand. Ich nehme mich generell bei Fotos zurück. Also generell sowieso bin ich kein Mensch, der sich in den Vordergrund... Die haben mich gar nicht wahrgenommen. Überhaupt nicht, weil die Leica ist auch eine kleine Kamera. Und eine leise Kamera. Und eine leise Kamera dazu. Und sie haben, also, ich bin wohl in der Lage, energetisch mich so abzuschotten, dass sie mich nicht mehr wahrnehmen können. Und so sind dann auch echt extrem gute Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden, die sehr echt sind eben. Da ist auch nichts Gestelltes dran. Ich habe nicht eine Situation meiner Arbeit gestellt. Alles ist authentisch. Und das war mir auch total wichtig. Und drei der Fotos oder vier sind... Ich sehe, Leiter, ich muss nur mal... Eine Kamera hat gerade aufgehört. Drei der Fotos oder vier sind in der Wanderausstellung ja mit Terre de Femme gewesen. In 1889 Städten. Und in Schweiz, Österreich, Deutschland. Die ich auch nicht angeboten habe da. Sondern das war eher auch wieder um mehrere Ecken eine Begegnung mit einer Frau, die da zufällig auch gefilmt hat. Und dann... Die kam halt mich besuchen. Ja, und sie sagte, Mensch, du, das mit dem Kosovo und da würde ich dir doch vorschlagen, biete die bei Terre de Femme an. Die machen gerade eine Ausstellungsreihe dazu. Und das wäre doch total interessant, dass die dabei sind. Das habe ich dann auch gemacht, dass die, die bekommen haben, die konnten sich dann Fotos davon aussuchen. Und die haben dann ja diese Ausstellung gemacht zum Thema Menschenhandel und Aufklärungsarbeit. Was man machen kann. Und ja, das ging dann halt... Die Ausstellungsreihe fing an in der Kunsthalle Tübingen 2005 und endete irgendwann 2017. Ich glaube, das ist jetzt erst mal vorbei. Die ging ja über zwölf Jahre dann. Ja, in der sehr lange Zeit. Und ja, dann habe ich gedacht, weil ich jetzt wollte... Ich habe die Bilder nie verkauft. Also ich wollte da jetzt auch kein Geld mitverdienen. Das war mir sehr wichtig. Dann machte das im Frauenbuseum 2006 eine Ausstellung zum Thema Sexhandel. Und da hatte mich die Ausstellungsleiterin eingeladen, meine Bilder vorbeizubringen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe gesagt, ich kann aber das jetzt nicht mit aufhängen, weil da hatte ich... Mein Vater war sehr krank und so zu dem Zeitpunkt und es gab halt viele andere Probleme. Nein, nein, sagt sie, das machen wir sowieso. Wir hängen sowieso alles auf. Ob ich denn zur Pressekonferenz kommen würde. Ja, sage ich, ich komme, aber ich rede nicht mit der Presse. Das mache ich nicht. Und ja, sagt sie, okay. Ich bin dann... Ich bin dann total überrascht gewesen. Die haben alle Bilder an rosa Wände gehängt. Das sah echt krass aus. Also einmal die Schwarz-Weiß-Bilder und dann so ein Barbie-Rosa dazu. Das war schon heftig, sah aber wirklich sehr interessant aus und machte auch optisch dann eine bestimmte... Ja, und das hatte ich gesehen. Dann habe ich mir so ein Barbie-Kostüm gezimmert. Das sah aus, das sah ganz schreckt aus. Überall Barbies. Fotografiert habe ich die vorher. Dann habe ich daraus ein Kostüm gemacht. Dann habe ich mir Strapse angezogen. Rosa Pumps gekauft, so mit Bommeln dran. Was will ich nie anziehen. Aber dann habe ich... Ich sah aus, das kannst du dir gleich vorstellen. Dann habe ich mir den Mund zugeklebt mit Pflaster und habe mich in meine Ausstellung gesetzt. Gibt es da Bilder von? Ja, zwei, drei Bilder. Hat ein Fotograf gemacht und jetzt kommt der Hammer. Unten war die Pressekonferenz und dann saßen die ganzen Künstlerinnen da und redeten und redeten und redeten. Die Einzige, die nicht da war, war ich. Ich saß oben als verkleidete Prostituierte in meiner Ausstellung auf dem Stuhl. Ganz alleine. Kein Mensch war da. Und irgendwann kam eine Frau. Die hat mich auch nichts gefragt. Die hat sich nur die Bilder angeguckt und mich angeguckt. Und die hat einen Artikel geschrieben. Ich wusste das ja gar nicht, wer das ist, diese Frau. Und dann stand ich plötzlich in einem möglichen Zeitung mit meinen Bildern, weil die die wohl sehr beeindruckt haben. Und am nächsten Tag, als dann die offizielle Ausstellungseröffnung anfing, wurde ich von anderen Künstlerinnen gemieden wie die Pest, weil sie nicht in der Zeitung standen. Ach, der Neid. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil mir geht es immer um eine Sache. Und ob ich in der Zeitung stehe oder irgendwo in Hamburg eine Wurstplätze, ist mir egal. Ich habe 13 Jahre nie mit der Presse geredet. Nie. Nie, nie, nie. Die konnten da sein und nicht. Es war mir egal. Und wenn sie das möchten, können sie das machen. Aber ich bin denen nicht hinterhergelaufen. Und dann standen mit mir noch so drei, vier andere in der Zeitung. Aber diese Journalistin hat halt geschrieben, dass ich halt sehr beeindruckende Fotos gemacht hätte. Und das hat andere wohl gestört. Ich habe aber auch nichts gesagt. Ich habe bei der Ausstellung dann eine ganz tolle Frau kennengelernt. Diese Fotos haben ja auch was mit dir gemacht. Meine Fotos, ja. Ich bin dann ein Jahr nicht mehr vor die Tür gegangen. Da habe ich dir eben gesagt, das kenne ich ziemlich genauso. Also ich habe, glaube ich, 2015 angefangen mit, ja klar, nehmen wir, mit meinen Deutschland 35 Fotos. Und die sind ja jetzt auch nicht so farbenfroh und die Themen sind auch nicht so lustig. Und ja, das geht halt schon rein. Und du hast gesagt, dass du dieses Manga-Bild irgendwann geträumt hast und dann sozusagen als Gegengift aufgesetzt hast. immer sehr bunte Träume, sehr verrückte Träume, also eher surrealistisch. Und ich finde es schade, man behält ja nicht alles, ne? Leider. Ich habe schon öfter meine Träume fotografiert. Und das war so, dass ich diese Serie geträumt habe als Serie. Und ich habe das sofort morgens aufgeschrieben. Ich hatte immer am Bett einen Zettel mit dem Stift und habe das sofort notiert. Und das musst du machen, das musst du machen. Und das holte ich auch raus aus dieser depressiven Phase nach dem Kosovo. Da war ich wirklich fertig. Und ich hatte gleichzeitig auch mal ein Diplom gemacht, ne? Mit der Arbeit. Weil... Dann hast du aber spät studiert, oder? Ja. Ich habe fotografiert schon vorher immer, aber ich habe einfach studiert, weil du in Deutschland für alles ein Diplom brauchst. Das macht mich echt neidisch, weil ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft mit dem Studium. Ich wollte das immer. Ich dachte mir, komm, mach erst mal eine Lehre, dann hast du eine Grundlage. Du hast das nebenbei gemacht, einfach auch. Ja, ich muss das auch nebenbei machen. Kann man. Ja, wirklich. Also ich fand das jetzt okay. Gut, dann mache ich das jetzt nebenbei. Na, vielleicht nächstes Mal. Du kriegst das Grundstudium geschenkt. Wie jetzt? Ja, ich brauchte nur Kunstwissenschaften nachmachen und ich habe meine Marken gezeigt, da haben sie gefragt, was wollen sie hier? Da habe ich gesagt, ein Diplom. Wissen Sie warum? Weil man in Deutschland für alles einen Titel haben will. Ich sage, das ist Deutschland. Wo warst du? Ja, in der FH in Dortmund. Du kennst die aktuelle Geschichte hier von der FH in Dortmund? Nein. Interessiert jetzt vielleicht niemanden, der mit Fotografie oder Kunst nichts zu tun hat. Die bitte weiterspulen, alle anderen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt einen sehr, sehr guten Kriegsberichterstatter, einen Deutschen. Ja. Der Vorname heißt Christoph. Ja. Und? Und den Nachnamen blende ich unten ein. Was ist dann passiert? Der hatte einen Lehrauftrag hier an der FH in Dortmund. Und alle Studenten waren hellauf begeistert von ihm. Und irgendwann sagte der, wie heißt der Oberfuzzi von der Dekan, glaube ich, ne? Der hat dann irgendwann festgestellt, ach guck mal, der hat gar keinen akademischen Abschluss. Der muss jetzt aufhören. Ist das wahr? Das ist wahr. Das war letztes Jahr. Was? Also das war 2018. Heißt der Dekan Herr Winde? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Du wolltest doch keinen Namen nennen. Böses Mädchen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Christoph, Christoph Bangert. Christoph Bangert. Den Namen kenne ich aber irgendwo, ja. Ganz toller Typ. Ich habe ihn einmal gesehen, wie er beim Wolfgang Zurborn einen Workshop geleitet hat. Klasse Typ. Also nicht nur von den Fotos her, sondern auch didaktisch. Sehr gut drauf. Ist sogar, glaube ich, auch irgendein Sektionsleiter bei der Altehrwögen. Altehrwürdigen DGPH. Aber er hat kein Diplom. So schrecklich. Jetzt, warte, warte, warte. Die Studenten haben demonstriert für ihn. Das ist mir toll. Ja, toll. Hat aber nichts genutzt. So, und dann ist er hingegangen und hat sich eingeschrieben, um so ein Driss-Diplom nachzumachen. Hatte das, glaube ich, oder wird es irgendwie jetzt bald fertig haben, aber jetzt ist die Stelle ausgeschrieben worden. Oh, das ist so deutsch. Ja, das ist so deutsch, allerdings. Das ist so deutsch. Ja, in diesem Land ist manches unterirdisch. Also ich meine, man kann ja von den USA halten, was man will. Ich halte überhaupt nichts von Trump, aber in den USA, da musst du deine Sache beherrschen. Und du brauchst diesen scheiß Titel nicht oder ein Diplom nicht vorzuweisen. Wenn du deine Sache machen kannst, machst du die. Und die Leute werden kommen oder nicht kommen. Wenn du sie gut oder schlecht machst, dann ist das deine eigene Entscheidung. Aber zumindest musst du nicht. Und ich finde das auch voll übertrieben, manche Ausbildung drei Jahre laufen zu lassen. Das finde ich also unterirdisch lang. Also meine Fotografen-Ausbildung war drei Jahre und es waren zwei Jahre zu lange. Denn das erste Jahr habe ich damit verbracht, Staub zu saugen und Bilderrahmen zu wischen. Also scheiße vom Hund wegmachen. Oh, nee, 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 ist gelogen, ist gelogen. Ich durfte ab Monat 8 Passbilder machen. Also ich muss sagen, damals war es vielleicht auch noch was anderes, eine Ausbildung zu machen in unserem Alter. Ja, Handwerk hat ja goldenen Boden und Lehrjahre sind keine Herr. Sowieso. Also spülen, Labor putzen, also Hundescheiße wegmachen morgens, wenn man... Werbestudio heißt Werbefotostudio. Ja, aber man durfte so alles machen. Rasenmähen durfte ich auch. Dann ist auch einer in den Graben gefahren, weil ich das in Hotpants gemacht habe. Wie alt warst du, als du angefangen hast? 16, nach der Realschule. Du bringst meine ganze Dramaturgie durcheinander, weil jetzt sind wir ja schon da, wo wir uns eigentlich erst kennengelernt haben, so richtig. Wir haben ja beide letztes Jahr bei Profifoto so einen Fragebogen ausgefüllt. MeToo im Fotostudio. Ja, genau, MeToo im Fotostudio. Und du hast da am eigenen Leib unschöne Dinge erlebt, ne? Ja, mein dameliges Chef wollte unbedingt Aktfotos von mir machen, was ich natürlich nicht wollte. Und ich fand das auch peinlich und ich fühlte mich bedrängt. Also ich sage jetzt erst mal so, einmal fragen, finde ich jetzt als Kerl nicht so schlimm. Aber 16 Jahre, würdest du das bei deiner eigenen Tochter gut finden? Ich bin ja heilfroh, dass ich nur einen Sohn habe. Ja. Also meine Probleme bei Töchtern wären, oder bei einer Tochter wäre, wenn sie mit dem ersten bickligen Opa-Macher ankäme. Da würden meine Probleme schon anfangen. Ja, und ich muss sagen, ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung. Aber hat er denn insistiert? Oder hat er immer wieder? Ja, er hatte mehrfach gefragt. Das geht auch bei mir nicht mehr. Ich weiß noch einmal, wir hatten noch einen Kollegen, der da auch eine Ausbildung gemacht hat, einen Fotograf, eine ausgebildete Fotografenmeisterin. Eines Abends waren sie dann alle weg. Und ich wusste das nicht. Ich war dann ganz alleine. Da habe ich mich im Labor eingeschlossen. Ich hatte Angst. Und mein Vater hat mich dann immer weggebracht. Ich hatte einen Mofa. Damit bin ich eigentlich zur Arbeit geworden. Und der hat gesagt, ich bringe dich jetzt weg. Dann hat er mich vor seiner Arbeit dahin gebracht und abends wieder abgeholt. Oder ein Kollege hat mich mitgenommen. Und ich habe gesagt, ich bleibe hier nie wieder, auch nur eine Sekunde alleine. Ich weiß nicht, ob das damals so üblich war oder nicht. Aber ich hatte danach auch... Das war aber schon nach der Zeit, als Frauen noch ihre Gatten um Erlaubnis fragen mussten, um arbeiten zu können, oder? Ich glaube, die Zeit traf damit zusammen. Ich bin schon alt. Das sieht man dir nicht wirklich, ja. Furchtbar. Das ist ja echt noch gar nicht so lange her. 50 Jahre höchstens. Aber so alt bist du ja noch nicht. Nein, nein. Ich bin 61. Ja, aber wenn... Aber guck mal, ich habe... Ich glaube, das wurde schon 69 abgeschafft, dass die Frau fragen muss. Okay, aber das war nicht so... Vielleicht war es auch erst 78. Ja, ich glaube, 78 war das. Ich glaube, du vertust dich. Google mal nach. Ich meine, es war 70er Jahre. Wir sind hier nicht bei Blasbach. Es gibt keinen Faktencheck. Könnte selber machen. Faktencheck, genau. Ja, ich hatte dann noch danach, später, die gnadenlose Erfahrung. Ich hatte in einem Schuhbuchverlag gearbeitet und da war ich, glaube ich, 20. Auch im Labor mit Reproduktionskameras, mit Riesendingern haben wir da gearbeitet. Naja, auf jeden Fall, im Labor fasste mir dann ein Typ an die Brust. Also ein angestellter Grafiker dieser Firma fasste mir an die Brust. In der Dunkelkammer sozusagen. Ja, eine Dunkelkammer. Und ich habe ihm eine geknallt. Sehr gut. So. Da der aber nicht locker ließ und ständig mich angegrub, der war so 18, also zwei Jahre jünger, war auch egal, auf jeden Fall war der so 1,98 groß. Also der war ziemlich imposant insofern, als dass er eine körperliche Größe eben hatte. Das war mir halt auch nicht ganz geheuer. Und da bin ich zu meinem damaligen Chef und habe gesagt, was da abgeht. Und da hat er gesagt, ja, müssen Sie mal durch. Und dann habe ich gesagt, und im Übrigen verdiene ich 30 Prozent weniger als die anderen. Da möchte ich auch nicht durch. Ich möchte dasselbe Geld wie alle anderen haben. Da sagt er ja, Männer müssen ja mal irgendwann eine Familie gründen und sie werden irgendwann wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Da habe ich gesagt, und ob ich arbeite, ich habe weder vor zu heiraten, noch Kinder zu kriegen. Das wollen Sie jetzt mir erzählen, ne? Also ich möchte dasselbe Geld. Ne, das kriegen Sie nicht. Zack, habe ich ihm meine Kündigung hingelegt. Welches Jahr war das? Das war 78, 79 so rum. 40 Jahre her. Ja, 88, ja. Habt ihr meine Kündigung auch hingeknallt, fristlos? Und hatte noch keinen neuen Job wieder? Hatte gerade eine Wohnung bezogen? Mutig, vielleicht sogar ein bisschen übermütig. Ja, ich hatte mir gerade so einen alten R4 gekauft und ich hatte gerade eine Wohnung und eigentlich brauchte ich auch das Geld, weil ich ja unabhängig sein wollte. Und dann habe ich aber trotzdem diese Kündigung dem hingeknallt, weil mir war meine Würde wichtiger als Geld der Welt. Ich hatte dann aber innerhalb von fünf, vier, fünf Wochen andere Arbeit wieder. Und zwar bei Laudert in Freden. Das ist ein sehr großes Unternehmen, die auch wirklich gut waren. Aber da habe ich dann nach anderthalb Jahren gekündigt, weil ich meine Freiheit wollte. Die wollten mich da ausbilden zum Scanner Operator. Die haben auch Frauen gefördert. Anfang der 80er? Ja, und sie haben gesagt, du verdienst 6.000 D-Mark im Jahr. Im Jahr? Ja, im Monat. Entschuldigung, im Monat. Das ist eine Menge gewesen. Für Frauen war das eine Menge Geld. Und ich bin zu meinem Chef, der übrigens Sozialdemokrat war, und habe ihm gesagt, ich nehme das Angebot nicht an. Der ist fast vom Stuhl gefallen. Da sagt er, das hätte er noch nie erlebt. Ob ich mir das auch genau überlegt hätte. Ja, sag ich, wissen was, mir ist meine Freiheit so wichtig, ich weiß nicht, was dann mit mir passiert mit so viel Geld. Ich brauche das nicht. Damit passt du ja in dieses Gesellschaftssystem so gut rein wie, also gar nicht. Nee, meine Cousine, die ist 10 Jahre jünger als ich, die sagt, du passt überhaupt nicht in dieses Land. Du bist hier völlig fehl am Platz. Und meine Eltern hatten auch arge Probleme, glaube ich, damit, dass ich so war. Ja, für Eltern ist das nicht einfach, oder? Nee, aber mein Vater hat sich dann mal rausgehalten und meine Eltern grundsätzlich und ich hatte ja auch meine eigene Wohnung, mein eigenes Leben und habe dann irgendwann mich selbstständig gemacht mit 23. Als Fotograf. Nee. Ich habe eine Boutique aufgemacht mit Lederklamotten. Also ich... Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich wollte... Meine Freiheit konnte ich als Fotografin nicht kriegen, weil... Ah, da brauchst du noch Meisterbrief und alle so einen Scheiß. Nee, das Schlimme war, dass Frauen überhaupt nicht ernst genommen wurden zu der Zeit. Ich verstehe deinen Temposfehler. Werden sie jetzt ernst genommen? Ich hoffe. Ernster jedenfalls als früher. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Also grundsätzlich war es schwierig. Ja, aber es gibt schon eine Verbesserung, sehe ich auch so. Ja, es gibt eine Verbesserung, aber die ist noch nicht so wirklich gleichberechtigt, sage ich mal. Jetzt hast du ja vorhin bei unserem Speed-Spielchen für Helmut Newton und gegen Alice Schwarzer gestimmt. Ja, ich finde Alice Schwarzer okay, aber ich finde sie teilweise, also ganz ehrlich, weil die Steuern so hinterzieht und dann einen auf die Moral macht und so, finde ich jetzt ein bisschen blöd. Mir geht es fast genauso. Also ich finde ihre Anliegen, und das war sie damals mit Paragraf 218, ich habe abgetrieben, Sterne und so weiter, gute Aktion, aber ich fand ihren Sündenfall ja die Kolumne für die Bild beim Kachelmann-Prozess. Das fand ich auch ganz übel, ich habe übrigens nie über Kachelmann geurteilt, selber, mich nie in diese Gespräche eingemischt, weil ich immer sage, erstmal, beweise, erstmal, die haben einen Menschen vernichtet. Und bevor man Menschen vernichtet, aber es ist so typisch Bild-Zeitung, sage ich jetzt mal, erstmal draufhauen und dann fragen. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt gefragt. Also mehr als die Titelzeile und den Abverkauf brauchen wir doch gar nicht. Ja genau, so sehe ich das auch. Und es gibt, wir können zehn Stränge aufmachen, parallel. Lass uns mal erstmal bei Alice bleiben und Kachelmann. Also keiner, der nicht dabei war, weiß, was passiert ist. Das habe ich auch gesagt und ich habe mich auch nie in diese Gespräche gemischt, wenn eine Party war und ich habe gesagt, ich halte mich daraus, erstmal, bitteschön, warum macht jeder diesen Menschen fertig? Für mich ist er erstmal Mensch. Und dann muss mal bewiesen werden, was da abgegangen ist, nur weil eine Frau jetzt behauptet, ich meine, ich bin jetzt eine Frauenrechtlerin und Feministin, aber ich bin trotzdem vorsichtig mit dem, was ich da kundtue. Ja, muss man ja auch sein. Also jetzt kann man ja von diesem Staat halten, was man will, aber was ich ja sehr toll finde, ist, dass es zumindest vom Konzept her ein Rechtsstaat sein will. Und da gilt nun halt erstmal einfach die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ja, finde ich auch. Und ich finde nichts schlimmer, ganz ehrlich, als Gerüchte. Ja, aber da hat, also die Staatsanwaltschaft hat ja schon den ersten großen Lapsus gemacht, als sie da die Presse hat auflaufen lassen und groß erzählt hat, wenn sie jetzt als dicken Fisch hier einknastet. Ja, es war ein großer Fehler, glaube ich. Und ich finde auch nicht, das ist auch nicht der Fehler der Polizei, sondern der Staatsanwaltschaft. Ganz genau. Zwei, drei Jahre später haben sie es ja ein bisschen besser gemacht in Potsdam. Ja, aber du musst wissen, wer sitzt denn da oben? Omnipotente Juristen. Omnipotente Juristen. Die haben von alles eine Ahnung. Und Juristinnen vielleicht? Juristinnen sitzen da sicher auch. Und ich glaube einfach, dass wir sowieso eine Gesellschaft sind. Warum ist Romy Schneider hier weg? Warum ist Ute Lemper weg? Warum sind gute Frauen hier weg? Warum sind die guten Künstler abgehauen? Scheiße, das habe ich noch nie gefragt. Aber es ist echt eine berechtigte Frage. Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Frag doch mal nach dieser angeblich so offenen Gesellschaft. Warum sind all die Frauen hier weg? Ich frage jetzt mal. Also Romy Schneider wollte nicht in die Rolle, Schublade, Sissi. Komm, Romy Schneider wollte einfach zu einer Delon. Ja, bestimmt auch. War ein toller Typ, ne? Ja. Aber ich glaube einfach, dass sie die Nase voll hatte von der Schublade, die hier so aufgemacht wird immer. Und ich glaube auch, dass ich jenseits, also ich sage immer, denken und fühlen ohne Geländer. Sehr schön. Ach, schöner Titel. Schön kocht und bündig. Dankeschön. Ja, also ich weiß auch nicht, das ist für mich so wichtig, über Grenzen zu gehen. Also dieses abgedroschene Brücken überqueren, meine ich damit gar nicht, sondern auch rein in der eigenen Welt über den Zaun zu gucken. Ich meine, ich hasse eh Zäune, aber generell über den Zaun zu gucken, fällt doch vielen sehr schwer. Und die schmoren in ihrem eigenen Saft, sage ich mal, sind in ihrer eigenen Welt und mir fehlt auch der Großteil der Menschen, sage ich mal, ich hatte viele politische Gespräche mit meinem Vater und der hat zu mir gesagt, da war ich 15, 80 Prozent der Menschen, sagt er, denke nicht mit und weiter. Gewöhn dich dran, sagt er zu mir. Ich habe dem das nicht geglaubt, weil ich dachte, alle sind so wie mein Papa. Leider, leider nicht der Fall. Lass uns nochmal ganz kurz zurück zu Anis Schwarzer. Ich habe jetzt vor drei, vier Wochen noch was erfahren, was mir auch echt richtig gegen den Strich geht. Also einer ihrer wunderschönen, aphoristischen Sätze ist ja, was Private ist, politisch. Und jetzt habe ich durch Zufall mitbekommen, dass, ich glaube, Anfang der 70er hatte sie eine heiße Liaison mit einer Dame, die, also zu der Zeit, als sie in Paris lebte, die Anfang der 10er Jahre, diese anderthalb, zwei Jahre, in einen Roman geschrieben hat. Also hat er offenbar auch sehr lange noch dran geknapst. Und, nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Ja, sie hatte es einfach im stillen Kämmerlein gelassen, weil es privat war. Und erst angefangen zu überlegen, diesen Roman zu schreiben, als Frau Schwarzer ihre Biografie geschrieben hatte. Okay. Wo sie also sozusagen ihre Türen öffnet und in der Wahrnehmung dieser ehemaligen Geliebten aber durchaus subjektive Wahrnehmung beschrieben hat, die sie nun deutlich anders erinnert. Jetzt findest du da einen guten Verleger für. Diese Frau hat ein Buch geschrieben über ihr Verhältnis mit. Mit Anis, ja, genau. Krass. Das Private ist ja politisch. Okay. Aber ich meine, oder? Ja, okay. Wenn man einmal sagt und das gerne rausholt, muss man sich vielleicht ab und zu mal dran messen lassen. Mal in das Ganze auch. Ja, war mir. Aber krass. So, dann ist das Buch fast gedruckt gewesen, zumindest schon angekündigt überall. Ja. Und dann hat Frau Schwarzer ihre Anwaltshunde losgehetzt. Oh, nee. Und dieses Buch verbieten lassen. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Ich hab's nicht mitgebracht. Nee, also ich auch nicht. Ich hab's nur mitbekommen, weil ich einen Kerl kennengelernt hab, der ein guter Freund von der Autorin ist, der so ein Buch, was jetzt nicht verkauft werden darf, bei sich rumliegen hatte. Oder Mägelin. Echt? Und es ist echt, es steht nix Weltbewegendes drin. Also ich bin bei der Hälfte. Aber diese Lichtfigur Alice Schwarzer wird halt durchaus auch schon entzaubert. Und dass es mit ihrer Selbstvernehmung nicht übereinstimmt, ist ganz normal. Das ist ja auch... Dass sich aber so eine Frau, die sich im Grunde so verdient gemacht hat, nicht entblödet, da irgendwie einzugreifen, statt es einfach laufen zu lassen. Laufen lassen, laufen lassen. Hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Also ich hab alle Schwarze in meinem Leben nur zweimal live gesehen. Und... Also ich hab die nie angehimmelt. Für mich, ich hämmel überhaupt niemanden an. Weder Männer noch Frauen. Für mich sind alles Menschen. Und ich finde halt... Das heißt, ich kann mir das abschminken, dass du mich irgendwann anhimmeln wirst. Fällt mir auch ein bisschen schwer. Ne, ich bin jetzt auch kein Fan von nix, muss ich sagen. Das ist echt ein Problem. Auch nicht von George Michael. Hast du eben beim Kaffee machen? Erzähl, erzähl nochmal kurz. Finde ich auch wunderschön. Ja, eine gute Freundin, Nachbarin ist George Michael-Fan. Ich bin aber auch... Ich höre seine Musik gerne. Ich höre die auch gerne. Und ich bin noch nicht... Ich bin noch kein einziges Mal zu seinem Grab gefahren. Nein, ich bin noch... Ich verstehe das aber. Ich habe das auch nie gemacht. Aber ich war mal am Grab von Jim Morrison. Ich war mal am Grab von Chagesheimer. Und ja... Also ich bin jetzt auch nicht so... Ich finde Friedhöfe auch ganz spannend. Und war auch auf dem Wiener Zentralfriedhof dreimal. Und da liegen ja viele Dichter und Musiker. Finde ich schon irgendwie komisch, wenn man vor so einem Grab steht. Wenn du mal in Köln bist, kann ich den Milatenfriedhof auch empfehlen. Ja, werde ich gerne mal besuchen. Also ich war in Paris, also auf dem Kanzel. Aber ehrlich gesagt, jetzt die letzten Jahre erspare ich mir Friedhöfe. Eigentlich seit mein Vater gestorben ist. Und ich habe da ein Zwiegespaltenesverhältnis. Ich besuche eigentlich keine Friedhöfe so gerne. Weil ich denke, man kann auch mit Toten kommunizieren über die Seele. Das mache ich übrigens mit meinem Vater. Und ich glaube auch, dass der auf mich aufpasst. Sehr schön. Wann ist er gestorben? 2008. Das war ein richtig schlechtes Jahr sowieso. Aber na egal. Irgendwann sterben wir alle mal. Aber der wollte noch nicht sterben. Und wenn jemand... Ich war dabei. Das war eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht missen. Aber er hat mir einen Tag bevor er starb gesagt, dass er stirbt. Und er wusste das. Und ich habe gesagt, woher weißt du das? Wie kannst du das wissen? Ja, ich fühle das. Und dann habe ich... Hat er mich alles... Ist er denn schwer erkannt gewesen? Er hatte einen Gehirntumor und ist aber... Den konnte man nicht reparieren und auch nicht operieren. Und den haben sie im Krankenhaus regelrecht fertig gemacht. Durch tausend Medikamente und Untersuchungen. Und bis sie raus hatten, dass er einen Gehirntumor hat, hatte der so viele Untersuchungen hinter sich, dass er daran quasi kaputt gegangen ist auch. Weil er hatte nachher ein Krankenhausvirus, diesen MHRS. Dann konnten wir da nur noch rein voll eingemummt in irgendwelchen komischen Trachten des Krankenhauses. Und ich habe eine Woche nach dem Virus... Eine Woche hat er den überlebt. Und ich hatte eine Ausstellungseröffnung an dem Tag. Ich war in Dortmund. Und die Ausstellungseröffnung kriege ich... Also die war noch nicht. Ich war gerade dabei. Die Gäste kamen. Die Ausstellungseröffnungsrede sollte um 14 Uhr sein. Ich kriege einen Anruf. Ihr Vater wird sterben. Und ich so, was? Ja. Dann bin ich sofort... Habe alle Leute natürlich stehen lassen. Habe nur jemand Bescheid gesagt. Ich bin jetzt weg. Dann habe ich meinen Sohn unterwegs abgeholt. Den angerufen und abgeholt. Dann sind wir nach... Das war halt nicht Dortmund, sondern man muss nach Gescher rasen, wie die Doofen. Nach Gescher gerasen. Wie weit ist das weg? Ja, von hier 100 Kilometer. Dann sind wir dahin gerast. Und kamen auch ziemlich voll abgehetzt da rein. Und da war mein Vater schon nicht mehr ansprechbar. Und dann habe ich ihn in meinen Arm genommen und habe ihm erzählt vom Meer, von Sonne, von Licht, von... Und er ist in meinen Armen gestorben. Um 13 Uhr. Punkt 13 Uhr. Ja, so. Vielleicht ein paar Minuten später. Also auf jeden Fall. War ich dann bis abends um 9 Uhr da mit ihm. Und meine Mutter war dabei, mein Bruder und meine Schwägerin. Die sind alle gefahren dann, mein Sohn auch. Und ich bin allein mit ihm gewesen. Und ich habe so lange ihm aus einem Buch vorgelesen. Das heißt, das Buch des Übergangs. Das hatte ich zufällig einen Tag vorher. Dieses Buch. Komm, ich weiß nicht mehr woher. Du glaubst auch nicht an Zufälle, oder? Nee. Jetzt pass auf. Ich schlage diese Seite auf, mittendrin. Und dann habe ich dem eine Stunde dieses Kapitel vorgelesen, wie die Seele den Körper verlässt. Ich schwöre es dir, das war der Hammer. Und ich sehe, wie eine Energie aus dem rausgeht. Die fühle ich quasi. Wie so ein, kann ich gar nicht beschreiben. Das war wie so ein Energiefeld, was aus dem Fenster geht. Und da wusste ich, jetzt ist die Seele weg. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann ich gehen. Das war echt krass. Sehr anrührend, ja. Und ich habe dann, an dem habe ich wirklich sehr gehangen, weil das war ein offener Typ, weil das war ein tolles Typ. Und der hat so vielen Menschen in seinem Leben geholfen. Also, der war auch so ein gerechter Mensch. Und der konnte nichts, der hasste nichts mehr als Ungerechtigkeit. Und das habe ich von dem geerbt. Ich war, stand am Grab meines Vaters. Das wäre ja nicht einfach. Jetzt pass auf, ich stehe am Grab meines Vaters. Und in dem, es war am Regnen. In dem Moment kommt die Sonne raus, wo ich da stehe. Zwei Minuten und geht dann wieder weg. Und meine Mutter sagt zu mir, jetzt bist du ja nur noch über, die so ist wie mein Mann. Die kann damit nicht so viel anfangen. Entnehme ich den Worten, oder? Sie ist nicht so ein emotional angehauchter Mensch. Eher so verstandesgesteuert. Dann war das wahrscheinlich ein ziemlich gutes Team. Mein Vater hat die geliebt. Total. Aber ich weiß nicht, ob sie das so zurückgemacht hat, aber das war auch egal letztendlich. Er hat sie geliebt und die waren halt zusammen ihr ganzes Leben. Schon krass, weil der hat zu mir gesagt, einen Tag bevor ich starb, er möchte noch zwei Jahre leben. Das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Also wenn ich versuche, dahin zu denken, das kriege ich hin. Also ich kriege nicht hin, mich dahin zu denken, zweimal zum Grab von George Michael zu fahren. Wenn man seinen Frieden nicht damit hat zu gehen, wenn man noch bleiben möchte, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz schwer. Er hat das wohl abgeschlossen. Er sagte, ich hätte gerne noch zwei Jahre gelebt. Einfach so. Er hat es total geliebt draußen, das Grün und das Leben an sich, weil er war mit 16 im Krieg. Er wurde in den Krieg gezwungen. Und ich glaube, das ist eine Generation. Auch Russland? Ja, ja. Der war auch. Mein Vater auch. Er kam dann irgendwann halb. Nee, der ist Jahrgang 27. 27. Stimmt, aber meiner ist 24 gewesen. Das war dann, also er war auf jeden Fall, meine Oma ist ja zum Amt da gegangen, nach Münster und weiß, was die gemacht hat. Ich meine, so geht nicht in den Krieg. Mein Mann auch nicht. Nur über meine Leiche. Ich sag, was hat die gemacht? Ja, die ist 50 Kilometer zum Amt. Das dauert Stunden von Gescher damals Stunden, bis man da überhaupt, da ist sie da hin mit Sack und Pack und hat gesagt, da geht hier keiner in den Krieg. Hat aber offenbar nicht. Mein Opa ist verschont geblieben, wirklich. Der musste ja in den Ersten Weltkrieg schon. Und dann, mein Vater konnte sie nicht retten. Und dann, das war der Älteste, da kamen dann noch seine Geschwister hinterher und sie hat versucht, alles zu tun, aber das hat nicht funktioniert und der musste Panzerfahrer werden, weil er war nur 1,72. Und dann haben sie gesagt, nehmen Sie die Kleinen. Ja. Lass mal noch ein Päuschen machen. Genau. Mit einem Kaffee. Ich gebe dir gerne einen Kaffee. Aber das ist schon krass, was die erlebt haben. Und ich muss auch sagen, ich glaube, der war traumatisiert, ohne dass er es jemals erwähnt hat. Das waren die alle. Ja, okay, für meinen Vater auch. Oder? Schon sinnlich einschneidend für mich gewesen. Deswegen war ich wahrscheinlich auch immer irgendwie so ein Mensch, der nicht oberflächlich sein kann. Oder überhaupt Partys ertragen, wo irgend so ein dummes Gelaber stattfindet, war nie mein Ding. Ich glaube ja, dass da Ursache und Wirkung andersrum sind. Ich glaube ja, dass sowas eher genetisch bedingt ist. Meinst du? Ich glaube schon. Also wenn du erzählst, nee, andersrum. Doch, wenn du erzählst, dass dein Vater auch so ein Der war so zu feinfühlig. So ein Gespür dafür hatte. Meine Mutter erzählt mir immer, dass meine Oma wohl auch so gewesen sein muss. Ja? Also konntest du durch die Gene? Ist meine Vermutung. Ich habe es bis jetzt noch nicht valide und empirisch bestätigen können. Aber ich glaube ja. Mit Alice Schwarzer sind wir jetzt fertig. Alice Schwarzer brauchen wir jetzt nicht mehr. Nee, finde ich auch. Aber lass uns doch mal bei Bruce Weber und Kevin Spacey hast du ja sehr gestockt. Ja, weil ich mit Schauspielern nicht so viel anfangen kann. Ach so. Bruce Weber ist ein Kollege, ist ein Knipser. Ach, dem meint sie Fotografen. Ich dachte, das wäre auch ein Schauspieler. Ja, Fotograf. Sorry, ich habe es nicht so mit Namen. Wirklich nicht. Nicht schlimm. Also das war ja auch extrem spontan. Ja, ich gebe zu. Also da muss ich erst mal mein Namensgedächtnis wieder einordnen. Ich wollte damit natürlich auf die MeToo-Debatte raus. Ja, aber das Thema ist jetzt irgendwie durch. Das ist ja so. Ein Thema wird medial durchgekaut bis zum Erbrechen. Ich sage ja gerne gehächelt. Gehächelt. Durchgekaut, das hat fast schon was Genützvolles. Ja, aber das ist es ja nicht. Durchgehechelt. Und dann kommt das nächste Thema und das ist ja auch mein Thema gewesen am Brandenburger Tor. Ich habe eine Bilderverbrennung gemacht gegen das Vergessen. Und zwar mit elf Freunden am Brandenburger Tor mitten im Winter. Es war schweinekalt. Und ich habe die Demo auch angemeldet. Wir sind zwölf Stunden mit dem Wohnmobil nach Berlin. Mit unseren Plakaten, Flyern und Bildern. Vor oder? Ah ne, muss ja nach der Kansöffnung gewesen sein. Das war 2002 im Winter. Nach der Kosovo-Nummer. Da fing Bush an, seinen Krieg zu planen für den Irak. Der zweite Irak-Krieg. Der erste war glaube ich 91. Oder eigentlich war es ja der dritte. Der erste war ja von Saddam gegen... Ja, okay, aber jetzt von Amerika aus, ne, gesehen. Und da habe ich dann eine Performance gemacht gegen das Vergessen. Wobei ich die Bilder aus dem Kosovo verbrannt habe. Mit... Jetzt kommt der Hammer. Das war auch so krass. Da habe ich ein Bild, ein Riesenbild gemacht von Kosovo. Mit so Schuhen im Dreck und so von einem Kind. Und auf dem Bild stand, ich weiß nicht mehr genau was, aber ungefähr. Kosovo war gestern. New York vorbei war ja auch dann diese New York. New York vorbei. Bohlen, wer ist das? Die Wahrheit besteht nur aus ein paar verbrannten Momenten. Und dann habe ich Handzettel, ganz philosophische, Handzettel verteilt. Text. Selbst getextet. Boah, mit einer Journalistin zusammen. Die auch mit war. Hat dann deinen Sohn redigiert? Nee. Der war aber guter Text, weil der war bezogen auf das, was wir an Menschen, der in Menschen antun. Und ich konnte damit einfach nicht klarkommen. Und ich habe gesagt, du musst irgendwas tun. Das war jetzt wirklich krass, weil wenn du das Gefühl hast, du musst was tun und du schaffst das nicht, dann überlegst du dir, was kannst du tun? Und das habe ich einfach gemacht. Ich habe auch keinen Sponsor, nichts gehabt. Da war alles mir auch scheißegal. Diese Erika, die mitgemacht hat, weil ich sie gebeten habe, mir zu helfen, mit den Texten, die fand die Idee so geil. Und die war Autorin und das Krimi-Autorin und auch Journalistin fürs Radio. Und total schräge Frau auch. Und die sagte, Mensch, wir fahren mit unserem Wohnmobil. Coole Nummer. Dann sind wir, habe ich alle möglichen Freunde angerufen und sind dann da hin und haben das gemacht. Und dann kam eine Zeitung, die Taz, da an, zum Fotografen. Die gute alte Taz. Aber weißt du, was der Typ da zu mir sagt? Der Typ da von, oder DPA, also DPA, glaube ich, war das, da sagt der Typ zu mir, das sind ja alles kleine Bilder. Ich dachte, hier sind so riesen Poster. Ja, nur voll verkauft. Da habe ich gesagt, geht's noch? Ich glaube, sie gehen besser. Sie haben hier gar nichts verstanden. Biss aber ein böses Mädchen. Sie haben hier wohl gar nichts verstanden. Aber die Taz hat dann irgendwie geschrieben, Performance am Brandenburger Tor, Bilder gegen das Vergessen, verbrannte, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich habe dann nachher, war mir auch völlig egal, ob da irgendeiner was schreibt oder nicht, wir haben unsere Handzettel verteilt. Und dann habe ich anschließend, als ich nach Hause kam, die Bilder, ich glaube, zwölf davon, aufgezogen, also erst mal abfotografiert nochmal, aufgezogen auf große 70 mal 100 Platten, diese verbrannten Bilder von Panzern und zerstörten Gegenden. Und das habe ich alles aufgezogen. Und dann habe ich die Bilder genommen und mitten zwischen Designermöbel gehängt in Max Groth Möbelhaus. So ein exklusives Möbelhaus. Der ist fast vom Stuhl gefallen, weil ich nur gefragt habe, kann ich eine Ausstellung hier machen? Blöd bist du ja nicht. Und ja, überlegen wir mal, ja, ja, was möchtest du denn ausstellen? Ja, Frauenbilder. Dann habe ich, ein Jahr vorher angefangen, ein internationales Diary zu machen. An jedem 17. eines Monats schrieben mir Frauen ihren persönlichen Tagesablauf. Warum der 17.? Weiß ich nicht, einfach so. Irgendeinen Tag musste ich nehmen und ich fand die Zahl gut. Und dann habe ich diese Diaries gesammelt und ich musste die auch immer animieren zu schreiben. Das ging von China bis Israel. Ich hatte überall Leute und die alle haben geschrieben und dann musste ich die auch immer irgendwie animieren. Komm, heute ist der 17. vergesst du das nicht. Und dann kamen die ganzen Texte und die habe ich dann alle genommen an der Wäscheleine gehängt, da in der Ausstellung und in einem anderen Raum hatte ich Videos, also ein Video laufen, da hatte ich Frauen ein Interview zum Thema Gleichberechtigung und Mutter, alleinerziehende Mütter und sowas. Ich habe alle möglichen Leute gefragt nach ihrem Leben und wie sie das finden in dieser Gesellschaft und diese Videos liefen in einem extra Raum. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe sämtliche Rotarier eingeladen, die irgendwie zu fassen waren und dann war die Ausstellungseröffnung ziemlich voll mit Leuten und da kam eine Frau zu mir und sagte, eine ganz tolle Frau, eine Anwältin, die sagte zu mir, du hast uns sowas von die Augen geöffnet, wir jammern so auf hohem Niveau und indem du deine Bilder hier zwischen Designermöbel hängst, haben wir erst mal gemerkt, wie wir leben, was überhaupt abgeht und natürlich kam die Presse nicht, die kam, habe ich auch nie gefragt, ich habe auch keine Presse eingeladen, mir war das völlig wurscht. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das machen wollte. Das ging mir auch nie um PR oder so, sondern ich mache das und zieh das durch und wie gesagt, wenn du nur 100 erreichst, ist das doch wurscht. Du erreichst immer Menschen. Ja, das habe ich auch von Wolfgang Zorborn gelernt. Also es hilft nichts, sich den Kopf drüber zu machen, wer was wie wo vielleicht eventuell mögen könnte. Musst du das aus dir selbst raus machen. Musst du machen und dann hingen da die Panzer, dann hingen da Zwangsprostituierte zwischen den teuersten Möbeln, die es so gab und das war ziemlich krass, muss ich schon sagen. Und an der Wäscheleine hing noch irgendein Hubschrauber mit Polizisten und ach so Situationen aus dem Kosovo eben, so von der UN und diese verbrannten Bilder waren dann dazwischen und die Zettel an einer Leine, haben die auch gelesen. Die Leute haben diese Zettel gelesen, die haben auch die Videos angeschaut. Das war halt, da waren bestimmt 70, 80 Leute. Was ist das für ein Gefühl, wenn dann so ein Feedback kommt wie von der Frau? Ich habe gedacht, dann hast du es ja auch richtig gemacht. Dann hast du ja auch was bewirkt, zumindest bei ein paar Menschen. Weil wir waren schon oder wir sind schon eine Gesellschaft, die sich gar nicht bewusst ist, eigentlich über die Freiheit, die wir haben. Auch wenn wir, wenn viele sagen, wir haben ja keine richtige Demokratie, aber wir können zumindest unsere Klappe aufmachen und sagen, was wir wollen, ohne dafür gleich im Knast zu landen. Und wir haben ziemlich viele Freiheiten als Frauen auch, die andere nicht haben. Aber ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Das ist ja ähnlich wie, du kannst auch nicht wirklich schätzen, dass du gesund bist, wenn du keine Beschwerden hast, bis zu dem Punkt, wo du 40 im Bein gebrochen hast oder depressiv irgendwo in der Ecke rumlegst. Ich hatte mit 29 Krebs. Ach du lieber Gott. War mir egal. War dir egal. War mir egal. Ich habe das überlebt. Ich habe 45 Kilo gewogen. Aber das sind zwei verschiedene Sachen, ob du es überlegst oder ob es dir egal ist. Mir war es egal. Das war für mich, das kam. Und das kam auf mich. Und das ist angenommen. Und ich habe das angenommen und gedacht, das überlebst du. Kein Problem. Ich habe auch mir ins Krankenhaus Pizza kommen lassen. Und ich habe, ich wunderte mich nur, dass mich kaum noch jemand besuchte. Ich sah so scheiße aus, so dünn, dass Fotografen, mit denen ich Kontakt hatte, nicht mehr gekommen sind. Und ich habe dann nachher gefragt, ja, wir haben alle gedacht, du stirbst. Damit konnten wir nicht umgehen. Die konnten auch nicht mit mir umgehen, weil ich so war, wie ich war. Ich war nie am Jammern. Ich habe auch eigentlich kein, meine Eltern wussten das nicht. Meine Brüder wussten das nicht. Erst als es vorbei war. Die wussten nicht, dass du im Krankenhaus warst? Doch, aber ich habe nicht gesagt, dass ich habe. Und das haben die sich gefallen lassen? Ja, das war so, die waren ja alle im Stress. Okay. Ich habe das ganz allein mit mir ausgemacht. Ich war zehnmal im Krankenhaus. Silvester, Geburtstag, Weihnachten. Ich weiß gar nicht. Mit Chemo? Nee, nee, keine Chemo. Ich hatte halt. Stationär denn, oder? Ja, ich war ganz oft im Krankenhaus. Ein Jahr fast. Irgendwie dauernd. Und dann entließen sie mich wieder, drei Tage später war ich wieder drin, weil das ganze Bett voller Blut lag und ich im Blut aufgewacht bin, dann wieder rein. Dann haben die mir gesagt, sie haben so viel Blut verloren, sie brauchen eine Blutübertragung. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und da haben die gesagt, was? Nee, mache ich nicht. Wieso denn nicht? Ich will kein fremdes Blut. Weißt du, dass danach das mit dem AIDS kam? Okay. Aber das wusste ich ja nicht. Ich habe gesagt, mein Gefühl sagt mir, ich will das nicht. Akzeptieren Sie das bitte. Ich wusste nichts von AIDS oder Übertragung von AIDS durch Blut. Da muss es schon 18 oder so was gewesen sein. Das war, ähm... dass sie das nicht wollen. Da habe ich unterschrieben, dass ich kein Blut möchte und dass ich auf eigene Gefahr wieder gehe. Und dann stand ich zu Hause und habe gedacht, okay, du darfst jetzt... Wie war die Diagnose der Ärzte? Ich hatte sie zu wenig Blut. Ich hatte sie das weggeschnitten und dann... Ich blutete aber immer. Also hattest du zu wenig Blut einfach? Ja, ich bin ja fast verblutet zu Hause. Ich bin aufgewacht und lagen drei Quadratmeter Blut im Bett. Das können schon zwei, drei Liter sein, hm? Das war zu viel eigentlich. Ich für meinen Körper von 45 Kilo. Und ich habe dann gedacht, okay, du machst jetzt alles, was die sagen, aber im Krankenhaus bleibst du nicht. Und dann haben... Die haben mir gesagt, ich darf nichts Schweres heben, aber das machst du mal mit dem Kind, ne? Ich hatte ein kleines Kind von zwei Jahren. Sie dürfen dieses Kind nicht heben. Sie dürfen nicht ihr Haus sauber machen und nichts machen. Und da habe ich mich dann dran gehalten. Ich habe dann eine Freundin gefragt, ob die babysitten kann, weil ich muss ja mein Kind versorgen, ne? Und auch... Du musst das ja tragen auch. Das willst du ja machen. Der konnte zwar laufen, der lief ja schon mit zwölf Monaten, aber du kannst ja so ein Kind nicht treffen. Da waren Treppen, da musst du die bedienen, ne? Na ja, wie dem auch sei, bin ich da gut rausgekommen aus der Nummer. Und... Da muss ich auch sagen, das war mir irgendwie voll klar. Ich hatte keine Angst. Beleidenswert. Keine Angst. Ich weiß nicht, ob ich heute noch so denken würde. Wahrscheinlich, weil ich so jung war und so unbedarft und so bekloppt. Ich war immer durchgeknallt und ich habe echt gedacht, das schaffe ich. Ich sterbe nicht. Also ich glaube ja auch, dass so eine innere Einstellung zu einer Krankheit total viel ausmacht. Das wusste ich aber nicht. Damals. Naja, aber du hast offenbar ein sehr gutes Gespür für dich, deine Befindlichkeit, deine Bedürfnisse. Vielleicht war es das, Weil ich habe ja auch, ich habe ja auch nicht zugelassen, dass mich was übermanter Ängste vielleicht. Aber da muss ich sagen, so eineinhalb Jahre später oder zwei Jahre später habe ich dann doch Schiss gekriegt, weil dann hatte ich auf einmal den Knoten in der Brust. Oh, okay. Und dann? Dann habe ich auch echt ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Beim Duschen, ne? Erzähl mal weiter, bleibst du uns ein bisschen Sorge, dass du aus dem Motiv rausgerutscht bist? Nein. Und, war alles gut. Aber die Idee nach vorne wäre schief. Dann nehmen die dich ja ins Krankenhaus für ein paar Tage und dann wird das rausgeoperiert und das war gutartig, das war auch Gott sei Dank nichts Schlechtes, aber da muss ich sagen, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, ne? So, und sagte so, das nicht jetzt auch noch, ne? Aber wie gesagt, da war aber jetzt okay, ne? Und für mich war, also, es sind halt etliche Leute an Brustkrebs erkrankt. In deinem Umfeld? Ja, eine Freundin von mir habe ich durch ihre Brustkrebserkrankung fotografisch begleitet, weil sie das wollte, ne? Und ich bin dann mit zur Chemotherapie und ich kriegte, danach war ich echt fertig immer, weil da lagen so junge Leute an den Tropfen, ne? An diesen Geräten, da kriegst du ja so eine Flüssigkeit, ne? Reingetropft in dein Blut. Und da waren so 26-jährige Mädchen auch und das fand ich alles ziemlich krass, muss ich sagen, ne? Weil wir denken immer, wir werden uralt. Ja, ja. Ne? Keiner denkt an Sterben, ne? Das Sterben und der Tod ist ja auch ziemlich ausgeklammert bei uns in der Gesellschaft. Ja, total. Die Leute können da nicht mit umgehen und, ähm, es sind nicht meine Schachteln, ne? Darf ich da mal jetzt dazu? Ich drehe ja nur. Sind das alles voll oder leere? Leere. Die hat, ähm, der Sohn von meinem Ex-Mann gesammelt, die habe ich letztens auf dem Dachboden gefunden und da baue ich ein Haus von. Ich hatte auch so eine Anwandlung, das ist noch gar nicht so lange her. 2015 habe ich entdeckt, es gibt Zigaretten, die heißen Che. Che? Ja, und haben auch natürlich dieses Che-Portret. Echt? Das sieht sehr schick aus, die Brasse. Das lehme ich da nicht vor. Da sind nämlich Sachen dabei, die sind ganz witzig gewesen. So limitierte Editions. Ah, die sind da unten drin. Da habe ich auch Spaß mal bei eBay reingesetzt, da meldete sich sofort einer will die limitierte Edition haben, weil ich den dafür haben wollte. Ich sage, ich will ja eigentlich gar nicht verkaufen. Ich wollte nur wissen, ob es Bekloppte gibt, die überhaupt so was wollen. Das ist auch Deutschland. Das Volk der Sammler. Ich baue davon, weiß, ich habe immer so überlegt, wie viel man so verraucht in seinem Leben und da habe ich gedacht, ich baue da so ein Haus von, weil man schafft es doch, ein Haus zu verrauchen. Jetzt können wir eine schöne Brücke machen zu dem ernsten Thema. Du bist doch politischer Mensch, hast du gesagt. Ja. Helmut Schmidt ist ja sehr alt geworden. Ja, stimmt. Mein Rauchervorbild. Viel geraucht, ja. Die Ausnahme. Ja. Eine Freundin von mir ist gestorben, die war die besagte Journalistin, die sehr viel geraucht hat und immer Whisky trank, so beim Schreiben. Ich sage, wieso machst du das? Ja, ich brauche das dann und fällt mir mehr ein. Das ist aber, also hast du das nicht? Ich habe das. Ich trinke dann kein Alkohol. Nee, Alkohol auch nicht. Aber wenn ich, also ich habe ja irgendwann, ich glaube 2012 oder 2013, diese Silver Effects Software gefunden, mit der man so schön die digitale Dunkelkammer machen kann. Oder halt rauchen kannst und trinken kannst und essen kannst. Alles, was früher in der analogen Dunkelkammer nicht ging, deswegen liebe ich digitalen Workflow. Ja. Und seitdem ist das so, an so einer Schwarz-Weiß-Ausarbeitung kann ich schon mal gut eine Stunde, weil du alles mit so Kontrollkunden machen kannst, Radation, Parzelle aufstellen und Pipapo. Wenn ich dabei nicht rauchen kann, werden die Bilder einfach schlechter. Echt? Dann ist natürlich eine falsche Programmierung im Hirn, das ist mir bewusst. Aber es ist so. Ja, es gibt ja auch Leute, die brauchen beim Schreiben, so, sie hat ja diese Romane geschrieben, da irgendwelche Krimis, sie sagt, ich brauche das dann, den Whisky daneben, an den Fluppen, und die ist an Lungenkrebs gestorben vor zwei Jahren, ne? Also, auch nicht so ein schöner Tod, ne? Innerhalb sechs Wochen. Spät entdeckt, oder? Ich habe sie auch nicht gesehen mehr, ich habe sie nicht mehr besuchen können, weil ich es nicht erfahren habe, und das ging so schnell, sie wusste das dann auch, und die hat auch zu mir, als ich ihr vor zehn Jahren gesagt habe, ich glaube, du rauchst zu viel, ich glaube, es ist jetzt mal irgendwie vielleicht doch an der Zeit zu betrachten, wenn ich krippiere, dann krippiere ich, sagt sie, es ist mir egal, ich lebe jetzt. Sie hatte halt auch eine sehr spezielle Einstellung, es tut mir nur leid für die Kinder, sie hatte Kinder, hat Kinder, drei Kinder. Wie alt? 58. Nein, meine Kinder. Die Frau war 58, die Kinder, ja, alle Erwachsenen, aber gut. Die Jüngste, glaube ich, 25. Doch früh. Also man muss nicht unbedingt seine Mutter verlieren, wenn man 25 ist, ne? Nö, nö, ich bin froh, dass ich meine noch habe. Ja. Sehr froh. Kommen wir vom Tod weg? Ja, müssen wir auch. Müssen wir nicht, aber wird ein bisschen schwer. Ja, ja. Ich wollte, was er eben erzählt, dass sein Vater bezeugter, Quatsch, überzeugter Sozialdemokratiker, ja, dann habe ich versucht, die Kurve über Helmut Schmidt zu kriegen. Aber er hat, er hat mit der aktiven, er hat mal aktiv Politik gemacht, irgendwie, hat er aber aufgehört, er sagte, das ist alles nur, sind alles nur Chlogeschäfte, da hat er keine Lust drauf. Lass uns doch mal zur Lage der Nation kommen. Zur Lage der Nation? Ja, du hast dich ja eben für Professor Karl Lauterbach entschieden, statt für Gesine Schwan. Wieso denn das? Ich fand Gesine Schwan irgendwie immer ziemlich nicht mein Fall. Lauterbach ist ein Fall? Nee, auch nicht. Überhaupt nicht. Nein, aber wenn du so spontan so Fragen stellst, antworte ich spontan. Ist ja überhaupt keiner mein Fall. Und ich dachte mir, also Gysi habe ich ja mal live erlebt. Gysi ist ein Gott. Oder zumindest ein Retour. Also komm, der ist super. Also der live ist unbezahlbar. Ja, glaube ich, sofort habe ich noch nicht erlebt. Doch, unbezahlbar, gut. Kennst du dieses YouTube-Video, wo er, ich glaube, das war vor der vorletzten Bundestagswahl, da hat er sich mit Martin Sonneborn getroffen in der Kneipe und wunderbarer Dialog. Ja. Ja, beide sehr gut. Sehr, sehr gut. Sonneborn hier finde ich auch gut. Wir lassen Europa nicht von Laien regieren. Das ist ja Hammer, ne? Das ist ja Hammer, ne? Ja, ich habe die... Böse auch das Plakat, hier könnte ein Nazi hängen. Das kenne ich gar nicht. Nein. Europa-Wahl. Ach so, ja, ja, ja. Ich habe nur, ich habe die, die bei Instagram, ne? Als Abo da. Ich habe die, in denen folge ich. Ich gucke aber nicht jetzt regelmäßig auch rein und ich muss dir auch sagen, seit ungefähr vier Monaten, fünf Monaten gucke ich keine Nachrichten mehr. Warum? Ich verdauere sie nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr im Moment. Ich brauchte mal jetzt so eine wirkliche Auszeit von da draußen. Dann lass uns doch mal lockerflockig weitermachen mit meiner Lieblingsfrage, meiner aktuellen. Wie lange bleibt den AKK noch Vorsitzende der CDU? Frag ich mich auch. Ob die... Ach. Weißt du, ich würde mir jetzt kein Urteil erlauben über irgendeine Person. Oh, jetzt fängt es an, irgendwie politisch korrekt zu werden. Bin ich auch. Das hatte ich mir anderswo. Bin ich auch. Und zwar habe ich immer gesagt, egal wer da steht, du musst die Leute fühlen, deren Aura fühlen, du musst mit denen reden. Ich sehe die alle nur am Fernsehen. Und ich muss dir eins sagen, ich war zur Eröffnung der amerikanischen Botschaft 2008 in Berlin. Da habe ich sehr viele Politiker kennengelernt und alle möglichen Leute. Da war unter anderem Steinmeier. Den fand ich total toll. Bis dahin? Oder insgesamt? Davor war der für mich egal eher. Ich fand den total genial als Typen von der Aura von seinem ganzen Sein. Und vorher war der für mich eher nichtssagend. Den fand ich jetzt nicht schlecht oder so, aber er war eher so, für mich spielte keine große Rolle. Und als ich den persönlich kennengelernt habe, muss ich dir sagen, ich war positiv überrascht. Der ist halt auch nicht telegen. Für dich schon. Also so ein weißhaariger. Ja, aber er hatte, dann früher war er nicht so telegen, jedenfalls. Aber wer sieht denn in der SPD besser aus als Eher? Es geht da nicht ums besser aussehen. Ja, doch. Um es rüberkommen, darf ich mal. Ich finde ja schon, bei so Spitzenpolitikern geht es durchaus um auch Rampensaugen. Ja, man muss da schon auch irgendwie, ne? Also das war halt auch, was, also Andrea Nahles, toll in der zweiten Reihe, aber doch nicht. Ich finde, Andrea Nahles, ehrlich gesagt, auch nicht gut. Überhaupt nicht. Das geht nicht. Ich finde die Frau auch unmöglich. Tut mir leid. Also da wiederum will ich mir nicht so ein Urteil erlauben. Ich denke mir, wenn... Ich weiß aber, jemand, der mit der lange zusammengearbeitet hat und... Okay. Ja, dann... Mit dem war ich verheiratet. Der war nämlich Juso-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz und der kennt die Frau sehr gut. Und das, was ich jetzt weiß von ihr, hat natürlich auch eine Meinung gebildet bei mir. Auch wenn ich sie nicht persönlich kenne und kannte, habe ich immer gesagt, mit dieser Frau wird die SPD den Vollabsturz hinlegen. Na, den Vollabsturz machen sie nach ihr. Also jetzt gerade. Wie kann man denn bitte schön, wenn man schon so ein Interimstrium wie Rat einsetzt, wie kann man denn so eine Vorsitzendenwahl ein halbes Jahr auszögern, wenn drei Landtagswahlen anstehen? Du, die haben keine Leute. Das will ja keiner machen. Aber guck mal. Am schnellsten war ja Olaf Scholz und weil ich bin ja schon Minister, das passt nicht, das geht nicht. Alle Kanzler sind Vorsitzende gewesen. Also was das für eine scheiß Ausrede auch ist. Aber jetzt guck doch mal da. Erst mal ist das alles so verkrustet. Wenn du hier in die SPD gehen würdest, würde ich gar nicht machen. Weil, ich sage dir auch warum, das ist so verkrustet, bis du oben ankommst, von gehen 30 Jahre. Und du musst dich dadurch alle Instanzen nach oben arbeiten. Wanzen. Da zählt auch keine Kompetenz. Da zählt erstmal Plakate aufhängen, Flyer verteilen. Da zählt nicht die Kompetenz, die du hast, sondern erstmal musst du dich nach oben mal loken. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Aber das ist so veraltet. Das Prinzip ist so veraltet, dass die jungen Leute ganz ehrlich darauf keine Lust haben, sich so nach oben zu schleimen. Also ich war ja auch in meiner Jugend echt bewegt, war in Bonn und so weiter und habe aber relativ zügig, nachdem ich mit der Lehre fertig war, Politik erstmal zur Seite gelegt. Weil das alles irgendwie, also Schmidt war dann auch abgewählt, da war ja schon, da war ich nach zwölf oder elf, da haben wir in der Aula geguckt. Das Misstrauensfoto. Ja, genau. Oh, ich habe mal Kohl live gesehen und stand direkt neben ihm. Der war schon ziemlich groß. Weißt du was? Weißt du was? Ich ihm gesagt habe, Arschloch, geh. Wann war das? 83? Nee, nee. Vor, bevor, Moment. Nee, nee. Kann das sein? 81? Telefon. Einer? Ey, auf jeden Fall. Lange, ja. Aber irgendwie hast du da ja auch einen Film für, ne? Für so... Nicht ganz alltägliche Geschichten. Ja, ich habe, ich weiß nicht, also ich lebe auch, glaube ich, hier im falschen Land. Ich weiß aber auch nicht, welches Land für mich das ideale wäre. Hast du denn so eine Hitliste? Oder Top 5? Arche im Universum. Da habe ich mir sagen lassen, soll man relativ allein und einsam sein. Das wäre, glaube ich, auch nicht so deins, oder? So zwei, drei, vier Wochen vielleicht. Na, ganz einsam sein. Aber so grundsätzlich... Also ich bin mit mir selber nicht einsam, muss ich dir sagen. Ich kann gut alleine sein. Ich bin ein Mensch. Ich kann total gut mit mir alleine sein. Aber natürlich möchte ich das auch nicht auf Dauer. Eremit ist nicht so dein Job. Ich habe mal dran gedacht. Ja, ich ja auch. Aber das war dann schon so eine depressive Episode. Ja, das ist dann auch eine Phase, die man überwindet. Und hat sie auch nicht bewährt. Ja, ja. Also irgendwie macht das Leben auch nicht so wirklich viel Spaß. Ja, es macht keinen Spaß, im Loch zu sitzen. Ne. Das macht nicht wirklich Spaß. Hast du von dieser Bahnradfahrerin mitgekriegt, die sich letztes Jahr so schwer verletzt hat? Ja. Und im Rollstuhl sitzt? Ja, habe ich mitgekriegt. Die ist ja... Hammer. Ja, da habe ich... Ich habe das gelesen. Vor drei, vier Wochen eine Doku auch im ersten gesehen. Ja, sehr mutig. Sehr mutig. Ich habe darüber gelesen, in irgendeiner Zeitung... Ich weiß gar nicht mehr. Also in der Phase so nach draußen zu gehen, da gehört schon wieder zu. Wahnsinn. Ja. Also es gibt schon tolle Leute, ne? Die dann mit ihr Geschickstall... Ja, wie viele, aber es gibt immer noch tolle Leute. Ach, es gibt auch wunderbare... Also ich habe eine Freundin, die kenne ich seit meinem dritten Lebensjahr. Die habe ich immer, bin ich immer noch meine beste Freundin. Und ich finde, solche Leute braucht das Leben, wo man einfach hingehen kann, ne? Und sie weiß, hier ist die Tür. Das wissen sowieso alle. Hier ist sowieso ein offenes Haus. Aber unabhängig mehr davon, weil wüsste ich, wenn es mir richtig scheiße ging, da kann ich Tag und Nacht vorbeilaufen, ne? Ich würde das jetzt nicht tun. Aber ich weiß, ich kann es. Und das ging bei meinem Vater halt auch. Da konnte auch jeder, der in Not war, aufschlagen. Echte Freunde zeigen sich in der Not. Ja. Und ob... Allgemeinplatz, aber ein wahrer. Ist so. Ja. Und ich finde das halt wertvoller als alles andere, ne? Diese tiefen Freundschaften, ne? Die sind halt extrem selten, ne? Also heute ist ja sehr viel oberflächlich. Erik ist so einer, weißt du? Ja. Der Anwalt, von dem ich eben erzählte. Ach so, ja. Der mich sozusagen auf die Podcast-Idee gebracht hat. Ja. Ich finde das auch total richtig. Ich weiß nicht, ob du Thilo Jung kennst. Thilo Jung. Gibt so auf YouTube so einen Kanal, Jung und Naiv. Mhm. Der ist, ich glaube, Mitte 30 jetzt in Meck-Pom geboren. Ziemlich gut aussehender Junge. Ja, ich kenne ihn nicht. Das ist aber nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass er, ich glaube, 2012 mit so einem Video-Podcast angefangen hat. Ich habe ziemlich viele Sachen von dem in meiner depressiven Episode auch gesehen. Mhm. Der greift halt, also der ist in Berlin und greift alle Spitzenpolitiker ab. Ach so. Das ist nicht nur auf Politik. Und macht aber auch nicht halt von AfD, was ich sehr geil finde auch. Also interviewt Gysi und Precht zum Beispiel auch. Ich glaube, drei, viermal hat er da Precht schon gehabt. Tolle Gespräche. Aber Gysi ist nicht AfD. Nein. Ich wollte damit nur sagen, dass er die gesamte Bandbreite. Ja, okay, die Gesamtbandbreite. Aber ganz ehrlich. Und er halt nicht den Fehler macht, den halt viele andere machen und sie zu Märtyron stilisiert, weil sie nicht mit denen reden. Das ist verkehrt. Das geht nicht. Ganz ehrlich, wenn ich so ein Höcke gegen Ufer sitzen würde, weiß ich nicht, ob ich ruhig bleiben könnte. Bei den Sprüchen nicht. Bei den Sprüchen, die solche Leute. Also da, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der saß ja bei Günther Jauch und hat sein Deutschland-Fähnchen da ausgerollt. Ich habe das gesehen. Ich gucke sonst nie das. Jauch ist vielleicht toll, wer wird Millionär? Nein, ich mag überhaupt nicht Jauch. Sorry, ich mag den nicht. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe das einmal zufällig gesehen, da sitzt da dieser Vollpfosten und dachte so, boah, wieso laden die denn ein? Ja gut, der muss ja wahrscheinlich unter das Volk. Also ihn einladen oder Vertreter der AfD einladen ist wichtig und richtig in der Demokratie, finde ich. In der Demokratie ist das wichtig und richtig. Er hat die Chance, da seine scheiß Nazi-Sprüche abzulassen, was ich sehr bedenklich finde. Ja, da kann man aber drauf reagieren, eigentlich. Aber wer macht das denn dann gescheit? Bescheid. Bescheid keiner. Den Gegendpart haben, der den passenden Antworten gibt. Ich glaube, zum Beispiel Friedmann, Michael Friedmann, das wäre jemand, von dem ich mir wünschen würde, dass er mal Herrn Molten auseinander... Ja, das wäre mir auch mal recht. Stimmt. Ja, könnte er mal machen. Hat er vielleicht schon, wirst du ja gar nicht. Der hat ja auch noch so ein kleines Format auf NTV, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe da schon ewig nichts mehr von gehört, von dem. Also ich bin auch zu sehr, zu sehr jetzt irgendwie nicht da unterwegs, gerade öffentliche Welt und so. Interessiert mich im Moment. Wo bist du denn gerade unterwegs? Also ich habe gerade dieses Buch gelesen, die Frau, die, genau, sehr gutes Buch. Die Frau, die nein sagt. Ich mache hier Urlaub auf Bad Balkonien, gerade. Also Berlin-Musemalerin, Françoise Gillot über ihr Leben mit und ohne Picasson. Ich glaube, ich bin ja nicht im Bild drin. So mal ein bisschen näher. Und dann, ja, ich habe mich noch mal wiederholen, müssen wir rausstellen. Die Frau, die nein sagt. Von, hat sie das selber geschrieben? Nein, das hätten schon eine Liste. Ah ja, genau. Von Malte Herwig über Françoise Gillot, Rebellin, Muse, Malerin. Über ihr Leben mit und ohne Picasson. Ja, super Buch. Leid zu mir nicht, muss ich mir selber kaufen. Ja, ich will like eine Bücher. Aber sie sieht toll aus, oder? Wie ist das eigentlich mit dir? Alterst du gerne? Nee, andersrum, andersrum. Die Frage, die ich stellen will, ist eigentlich die. Mache ich über das Video so ein digitales Bügeleisen, oder? Magst du deine Falten? Nee, ich möchte keine digitalen Bügeleisen. Danke für. Aber was ich, was alter, alter, man fühlt sich manchmal auch alt, wenn man so vier Tage hintereinander morgens um 3 Uhr aufsteht, so wie ich. Kann ich bestätigen. Dann sehe ich auch echt scheiße aus, finde ich. Also, ich sehe, wenn ich zwei Wochen weg war. Aber heute hast du ja ausgeschlafen. Sei es doch nur fotografisch unterwegs war, ich war zwei Wochen unterwegs, ich sehe immer zehn Jahre jünger aus dann, weil ich dann meine Leidenschaft auslebe. Ja, das kenne ich gut. Absolut, das verjüngt mich direkt. Und du siehst das, das ist ganz komisch. Oder wenn ich in Israel war, dann sehe ich aus, das blühende Leben, ne? Kommt zurück und bin glücklich. Egal, was da läuft, aber ich fühle mich gut. Und so ist das eigentlich, ich bin auch zu Hause zufrieden. Aber ich finde Deutschland sehr anstrengend im Moment. Ja, ja, da kann ich nicht widersprechen, leider. Egal, was du für einen Sender anmachst, das ist mir so auf den Keks gegangen mit der Europawahl. Was jetzt? Die Europawahl. Die Wahl an sich ist auf den Keks gegangen? Nein, die Wahl nicht, sondern das, was davor ablief in sämtlichen Talkshows. Ich fand Riesoklasse. Was, was? Dieses Riesovideo. Hast du das mal angeguckt? Das, nee, noch nicht, nee, noch nicht. Was hat dieser junge, blauhaarige Mann, dieser alte, ehrwürdige, ehemalige Volkspartei CDU, an die Wand gedrückt? Ich habe es noch nicht gesehen, leider. Also ich habe es mir von vorne bis hinten angeguckt und es ist echt scheiße gut. Ja, ja. Und der Typ ist auch scheiße gut. Der war irgendwann bei Böhmermann, jetzt kann man ja von dem halten, was man sehen. Aber er hat da echt zwei, drei Dinge gesagt, also Empfehlung, ne? Empfehlung. Ich werde es mir auch anschauen. Auf YouTube googeln. Geht das überhaupt? Doch, den kann man finden. Also findet man, also Riesovideo, Böhmermann, tolles Interview. Da übrigens habe ich auch, als das rauskam, ich habe da erst eine Woche später mitgekriegt, über die Tagesthemen, glaube ich, da hatte der schon zwölf Millionen Klicks. Danach nochmal, nee, ich glaube erst fünf Millionen. Und erst als er durch die klassischen Medien durch ist, also Tagesthemen etc. pp. war er dann irgendwann auf mittlerweile so bei 15 Millionen. Wahnsinn. Über diese Reichweite würden sich alle sogenannten Leitmedien freuen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist echt ziemlich der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber da hat die Politik ja auch geschlafen. Die haben, die hat, das Perfekt ist nicht angebracht. Die Politik schläft. Die schlafen seit Tiefschlaf. Tiefschlaf seit einem 80er-Jahr. Koma. Die schlafen Tiefschlaf. Ich habe die SPD angeschrieben vor der Wahl. Alle Parteien, außer die AfD. Nee, nee, vor der anderen Wahl. Bundestagswahl. Habe ich alle angeschrieben. Die FDP, die Grünen und die SPD. Von der SPD kam nie eine Antwort. Was hast du denn geschrieben? Ja, wie ich das machen würde. Wie du wählen sollst, oder was? Wie ich die Politik gestalten würde und dass sie doch mal vielleicht... Du hast sozusagen konstruktive Kritik gemacht. Ich habe konstruktive Kritik geübt und ich habe auch gesagt, dass man die Partei, also dass die SPD einen Fehler macht, indem sie ihre eigene Politik niederredet. Ach, wenn es doch nur einer wäre. Nein, ich meine, verstehst du, was ich meine? Die waren in der Koalition und reden ihre eigene Politik schlecht. Mutti war doch jetzt in Harvard eingeladen und ist hochgelobt worden für all das, was die SPD ist. Ich weiß, was... Alles wurde schlecht geredet und ich konnte auch nicht anders, ich musste mich einfach hinsetzen und den mal schreiben, aber es kam keine Antwort, aber wer mir geantwortet hat, ist Christian Lindner. Ich finde Christian Lindner ja toll. Du, der hat mir echt dreimal geantwortet. Auf all meine Fragen, die ich hatte, hat der geantwortet. Also zum einen ist das einer, der eine hohe rhetorische Begabung hat. Hat der ja. Also wie Gysi und Lammert und sonst fällt mir keiner mehr ein. Hat der. Und zum anderen, der war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, im ARD-Sommerinterview und hat da zwei ziemlich gute Dinge gesagt, finde ich. Zum einen ist er gefragt worden, jetzt spiele ich gleich ein noch. Ich habe es nicht gesehen. Eine Publikumsfrage war, glaube ich, vielleicht auch von der Moderatorin, was bedauern Sie, in der letzten Zeit gemacht zu haben. Und da hat er ganz klar gesagt, diesen Spruch, den er getweetet hat über die Fridays for Future, da hätte er halt genau das Gegenteil von dem formuliert, was er eigentlich meint. Und so gerade raus zu sagen, was man falsch macht, das gebe ich ja eigentlich auch nicht mehr. Das finde ich gut. Und da gab es eine Frage, die sehr privat war, die ihn also über seine Freundin ausfragen wollte. Und dann hat er sich, nicht übermäßig, aber dagegen verwehrt, ganz klar und deutlich. Ja, der will sein Privatleben nicht, ich kenne ihn von früher aus nur von irgendwelchen Veranstaltungen machen. Und der war ja immer sehr engagiert. Aber ich bin ja eher so tendierend zu grün. Ja, ich eigentlich auch. Ich habe nur so mein Problem, wie eigentlich so im Laufe der Jahre so jeder seine Prinzipien verraten hat wegen der Macht. Das ist mein Problem. Weißt du, dass die Grünen in Hamburg das größte Kohlekraftwerk Europas durchgefunden haben? Nee. Rot-grüne Regierung. Ja, ich sag doch, mit wem liest du im Bett und schon funktioniert das. Also da muss man schon, Macht, Machtmenschen, ja, aber auch zu kleinen Mitläufern. Du musst ja schon auch Machtgeil sein, um dir so eine Ochsenzun, die du eben beschrieben hast, antun zu wollen. Nee, pass auf, ich glaube nicht unbedingt, dass alle Machtgeil sind. Leider sind es wahrscheinlich 98%, aber es gibt eine gewisse Prozentzahl, die macht es, weil sie wirklich davon überzeugt ist, was Gutes tun zu wollen. Nur die kommen nicht an die Sonne. Du kommst nämlich nur an die Sonne, wenn du so viel Ehrgeiz hast und so viel Machtgeilheit in dir, dass du alles rechts und links von dir wegbeißt. Ja, ist doch so. Ja, ich finde Machtgeilheit ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Also, ich meine das gar nicht so schlecht, wie es klingt. Also, was ist denn daran geil? Ich meine, was ist denn daran jetzt so geil? Verstehe ich nicht, weil... Okay, geil ist das verkehrte Adjektiv. Wahrscheinlich müsstest du... Lust daran haben, Macht auszuliehen. Ja gut, das ist jetzt der Löwe. Ja, natürlich. Das nehme ich gerne zu. Das ist jetzt der Löwe. Natürlich ist das auch der Löwe. Aber Macht ist... Ich bin ja auch Star Wars Fan. Echt? Die gute und die böse Seite der Macht. Und ich glaube auch, dass das ein Grundproblem der Linken oder zumindest der Sozis ist. Also Schröder war auch so einer, der Macht wollte. Schmidt auch, Brand auch. Und alle sind halt von ihrer eigenen Partei gekillt worden. Weil die irgendwie... Oder viele denken, das macht halt irgendwie grundsätzlich was Schlechtes ist. Nee, wenn man sie positiv nutzt, ist sie ja gut. Ja, aber da liegt ja auch vieles im Auge des Betrachters. Was ist positiv? Genau, deswegen ja. Das ist ja die... Also Hartz IV zum Beispiel, finde ich, wäre nie nötig gewesen, wenn der von allen so hochverehrte Herr Helmut Schmidt in den 70ern angefangen hätte, die Sozialklamotten zu reformieren. Da war klar, dass sich die Alterspyramide umdreht. Und da gab es Handlungsbedarf. Aber meint, der wollte halt auch wiedergewählt werden. Kann man auch verstehen. Ach, das war... Ja, ich weiß noch, dass mein Vater immer über Politik geschimpft hat. Das hat vom Fernsehen aufgeregt. Ja, aber mein Gott, damals gab es doch diese großen Debatten im Bundestag zwischen Strauß und Wehner, die sich behakt haben, wie die Kesselflicker. Also das hat noch Spaß gemacht, vorzugucken. Ja, da war noch echt... Weil sie auch, da gab es ja nur drei Fernsehprogramme und in zwei davon gab es Übertragung vom Bundestag. Jetzt ist immer mein Vater, sehen, dass mein Strauß dran war. Das war wie mein Vater wahrscheinlich. Der Putschfloss! Der Verbrecher! Also es war schon lustig. Ja, waren andere Zeiten. Ja, heute ist ja... Es ist ja so, heute kriegen die alle ihre Reden geschrieben. Ja. Ist das so? Da gibt es die Berater, die schreiben die Reden, die schreiben die nicht mehr selber. Das Schlimmste, was es gibt. Und die lesen das ab. Ja. Es ist das Allerschlimmste. Die denken noch nicht mehr mehr selber. Es ist unterirdisch. Das Schlimmste, was erfunden wurde in den letzten 40 Jahren, ist Marktforschung. Ja, das ist klar, die reden dem Wähler nach dem Mund jetzt. Ja. Und da gibt es halt keine Spitzenleistung. Es gibt auch keine tollen Ausreißer nach unten, außer man heißt AKK. Ja, gut. Aber weißt du was, das ist wirklich so. Da gibt es verschiedene Redenschreiber, die schreiben genau das alles auch. Und eigentlich braucht man gar keine Politiker mehr. Weil guck dir doch mal die Bundeswehr an. Mit Van der Leyen. Die lässt da Beratungsgelder von unseren Steuergeldern. Ich bezahle jetzt keine mehr. Ja, ich weigere mich. 50 weiß ich nicht, wie viele Millionen die ausgibt für Beratungen. Ey, sorry, das geht nicht. Ja, aber damit hat Schröder auch angefangen, Gesetze halt von irgendwelchen Anwaltskanzleien entwerfen zu lassen. Ja, ich sag doch, Juristen sind omnipotent. Die können alles. Wir werden regiert von ein paar Juristen und Redenschreibern, Journalisten. Davon werden wir letztendlich regiert. Die schreiben aber auch genau das, was die Leute hören wollen, damit die Wähler nicht flöten gehen oder was auch immer. Und genau deswegen gehen sie flöten. Es ist nichts mehr echt. Ja. Nichts ist authentisch. Und das einzige Authentische sind dann die Ausraster von der Nahles, die dann sagt, Ätschi-Bätschi, was ja gar nicht geht, weil es ist der Kindergartenniveau. Also das kann ich nicht machen. Da muss ich meinen Mund mal irgendwie zügeln. Da steht die natürlich mit ihrem Ätschi-Bätschi in jeder Zeitung und macht sich zum Obst. Zum Horst heißt das doch. Was nichts mit unserem Bundesheimatminister zu tun. Ich heiße aber Horst, ich verteidige das jetzt, weil meinen Sohn nennen sie Horst als Spittnamen, obwohl er Marius heißt. Aber nicht wegen Müller-Western. Nein, nein. Eva, ich glaube, wir haben jetzt schon das längste Gespräch überhaupt in der kurzen Geschichte meines Podcasts. Hast du irgendwelche Fragen da stehen? Ich habe da tausend Fragen stehen. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Schnitt und ich komme einfach noch mal wieder in Wälde. Weil wir haben ja locker noch Gesprächsstoff für 14 Stunden. Meine Cousine hat wirklich, die war hier. Wir haben mir ein paar Stunden gequatscht, weil ich die zehn Jahre nicht gesehen habe. Und dann sagst du wieder, du passt nicht in dieses Land. Was machst du hier? Ja, aber wohin? Ich wüsste nicht, wohin. Unter den Blinden ist der Einhölbe schon König. Wo willst du denn hin? Ja, eben. Frankreich ist rechts. Total rechts. Und Holland auch. Holland ist auch extrem rechts. Holland hat auch echt eine scheiß Küche. Ja. Obwohl das Fastfood. Pommes geht. Da stehe ich ja schon drauf. Pommes geht. Ich finde die Frikandel auch klassisch. Ja, aber weißt du, das reißt es halt nicht raus. Dänemark ist sehr rechts. Dänemark, stimmt, die sind auch rechts. Und wo willst du eigentlich hin? Ich hab mir sagen lassen, Norwegen soll toll sein. Weißt du, Island. Island. Ist aber kalt. Ja, und vor allen Dingen, ich bin jetzt auch nicht der Nachttyp, wo ich dann mittags um zwei schon im Dunkeln sitzen muss, weißt du? Im Grunde müsste man vielleicht halt nur der Sommerhalbjahr oben im Norden. Also da wird es halt nicht dunkel. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Da gibt es ja viele Autoren. Jetzt kommen wir wieder ins Quatschen, Eva, ich muss los. Da sitzen dann viele Autoren nachmittags im Dunkeln im Café, bei künstlichem Licht. Im Winterhalbjahr. Ja, genau. Im Sommerhalbjahr? Nein, im Sommerhalbjahr nicht. Nein, ist hell. Aber dann sitzen die auf dem Berg. Ich wollte, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Du kannst noch ein Stück Kuchen mitnehmen. Gerne. Also wie auch immer, was du willst. Also wie auch immer, was du willst. Untertitelung des ZDF, 2020